Und deswegen immer früher klacken. So, bei mir bist du zu sehen und zu hören. So, bei mir bist du zu sehen. So, bei mir bist du zu den Arkarni wechseln. So, bei mir bist du zu sehen und zu den Arkarni wechseln. Das ist wahrscheinlich auch schon mal richtig gut, das wollte ich wissen. Ich muss noch die Kategorien, dann sehe ich gerade. Du, deine. Oder ich meine. Nee, ich meine. Ja, dann. So, die Kategorie. Ich weiß gerade nicht, dass wir Paya spielen. Ja, das ist wohl wahr. Wir spielen den Podcast und Real Talk. Und Talkshow. Ja. Lock hier rein. Lock da rein. Lock da rein. Überall den Lock reinsetzen, ey. Mein Gott. Das kann ich ja dann nicht wirklich machen. Macht meine CPU nicht mit. Was denn? Ja. Wenn ich über die Switch spiele, ist das kein Problem. Dann kann ich in tausend Blocks gehen. Aber sobald ich über den PC irgendwas streame, dann enter. Möglichkeit. Guten Abend. Oh Gott. Hunger. Danke Thomas und guten Abend. Ich weiß, zur ungewohnten Zeit aber, und zum ungewohnten Tag, aber das ist jetzt Standard bei uns. Wie weit ist er denn schon mit dem Buch, wenn er schon angefangen hat und getraut hat, sich dieses anzulesen? Das Buch ist ja leider echt spät bei ihm erst angekommen, aber das lag mal wieder an der gedeutschten Post. Hat er mir auch erzählt? Wollte ich gerade fragen. Nur kurz, du steigst los zur Arbeit. Viel Spaß bei der Arbeit, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Viel Spaß bei der Arbeit. Wer hat denn Spaß bei der Arbeit? Ich. Ein absurdes Musterbeispiel der nichtdeutschen Neukunst. Besser wahr. Ich finde, oder ich finde es wichtig, dass die Arbeit einem Spaß machen sollte. Ansonsten. Kein Problem. Wenn du ein paar Baustellen hast, du hast Zeit. Ja. Ich habe ja auch so ein paar Baustellen momentan bei mir mit dem, einerseits mit dem großen A, dem roten A. Ich habe dann auch noch Baustellen so mit dem K.A.H. Ich mache schon mal, wenn du erlaubst, Stefan, Werbung für das nächste Thema. Und zwar wollen wir da über Depressionen sprechen. Und wenn ihr zufälligerweise Interesse habt, mit uns über psychische Erkrankungen, über eine spezielle Form auch zu reden, schreibt uns per E-Mail an, dass ihr gerne Gast sein möchtet. Und dann können wir euch dazu nehmen und euch, mit euch, über das Thema dann sprechen, über die psychische Erkrankung. Vor allem, wenn es eine psychische Erkrankung ist, mit der ihr Erfahrung habt. Da kommen ja, genau, sie kann sich ja mal überlegen, zum Beispiel. Ihr braucht keine Kamera. Das Wichtigste ist, ihr braucht Mikrofon und Headset. Es sollte funktionieren, also mit dem Handy ungerne machen, notfalls auch, aber da ist die Qualität halt nicht so gut, dass sie auch verständlich rüberkommt. Ich musste gerade mal eben ganz kurz einen meiner Zuschauer für den elften Monat, hast du es gehört? Nee, ich habe es tatsächlich nicht gehört. Man hat gesehen, dass du gemütet bist. Man hat sich nur immer nicken sehen und antikulieren sehen und dachte mir so, okay, was kommt der da? Ich habe mich gerade extra hier in Ninja gemütet, deswegen nochmal hier jetzt so in den Stream rein. Vielen lieben Dank, liebe Bomblick, für elf fucking Monate. Daumen hoch. Elf Monate ist schon ein Hammer. Ja, ich bin wieder hier. Das ist schon ein Hammer. Ich bin wieder hier in meinem Revier, war nie wirklich weg, habe mich nur nach hinten versteckt. Ist ja so. Ja. Und daher. Alles gut? Entschuldige, dass ich dich wegschiebe. Ja. Also wie gesagt, ich bin wieder hier. Vorerst erstmal, weil ich jetzt zu heute, diesen achten, neunten, habe ich mir erstmal so zugenommen, da ich dann in dem Fall sage, alles klar, hier wird wieder gestrebt mit bei, ist ja kein Thema. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Am zehnten, also morgen, habe ich die vorbereitenden Termine für das Krankenhaus, dass ich dadurch meine OP, erstmal so die ersten Vorbereitungen habe, dass man mir alles erklärt, erzählt und so weiter und so fort. Und danach, dann am zwölften, zwölften, dieses Jahres bin ich dann unter dem Messer und kriege meine Galle rausgenommen. Wird auch super toll. Freue ich mich richtig drauf, dann mehrere Tage da im Krankenhaus zu liegen und zu denken, na gut. Muss aber sein, Stresspegel und so war mir so weit oben. E-Mail-Adresse, wie gesagt, da könnt ihr euch bewerben, als Garten. Und da ist auch schon wieder. Ja, also das ist doch zum Kotzen. Alex hat ein paar technische Probleme, Leute. Obwohl, nein, wir haben technische Probleme. Galle stimmt wohl. Sag mal so, Galle ist ja Gott sei Dank etwas, was präventiv halt gemacht werden muss, dann in dem Fall, das ist eigentlich ein kleiner Eingriff, sofern da nicht irgendwie großartig jetzt irgendwas mit der Galle passiert ist. Das heißt, drei kleine Schnitte kriegt man dann wo oder maximal vier oder so, da kann man auch über den Bauchnabel und so nach oben reingehen und so weiter durch Stethoskopen, dass die dann abknipsen und das war es dann eigentlich schon. So schlimm ist es nicht wohl, aber man muss trotzdem dafür Vollnarkose und eben unter das Messer und die Vollnarkose habe ich noch nie gehabt. Was heißt? Ich habe auch nie eine Operation gehabt. Ich habe schon zwei Vollnarkose oder drei. Zahnarzt? Jetzt höre ich euch gegangen. Sowohl Zahnarzt als auch Magen-Darm-Spiegelung. Okay, eine Angstpatientin, da ist es natürlich dann was anderes, wenn sie eine Angstpatientin ist. Dafür gibt es auch diese Aufklärungen, die man da immer extra vorher hat. damit das eben nicht ganz so krass für einen ist oder wird. Deswegen. Ich kann es mir trotzdem vorstellen, ich habe auch noch keine Ahnung, momentan bin ich auch nicht aufgeregt oder sowas. Das wird wahrscheinlich dann so sein, dass ich dann die Nacht vorher, wenn ich dann quasi dahin muss, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was da. Das Geräusch ist sehr cute. Weil bei mir ein Zahn raus muss, da habe ich gesagt, das mache ich nur noch unter Narkose, weil bei Zahnarzt bin ich eigentlich das Patient und das Ziel rupft. Ich hatte die ganze Zeit ein Diskonnect-Geräusch und habe gesagt, das mache ich lieber unter Narkose. Und da ist auch schon der Zapp von mir. Ja, sorry. Hört ihr mich jetzt wieder? Ja. Gut, mein Monitor ist völlig im Arsch. Oh. Seinbar. Das ist nicht völlig. Es ist halt ziemlich hart dunkel. So. Hart dunkel. Das geht doch. Hi. Also bei dir geht es momentan. Hi. Fuck man. Nee, also eigentlich sei mal so viel dazu gesagt. Ich habe damals meine Weisheitszähne alle vier mit örtlicher Betäubung rausrupfen lassen. Mein Zahnarzt hat dadurch eine Sehenscheine in Zündung bekommen, nachdem er den ersten rausgezogen hat bei mir. Der echt der Herreste war. Da habe ich aber auch dann wirklich anderthalb Stunden da gelegen und habe echt ich war so fettig danach. Das glaube ich. Stefan hat Hänger. Da gebe ich dir recht. Und da ist schon wieder ein Hänger. Habe ich? Habe ich? Ja, du hast ganz kurz Standbilder andauern bei der Kamera. Okay, meine Frames sind doch gerade irgendwie ausgelassen. Keine Ahnung warum, aber sie kommen gerade wieder, glaube ich. Kommen gerade so. Ups. Ja, Stefan hat gerade auch sehr Internetprobleme. Also Leute, mich wundern, wenn das ab und zu mal passiert. Haben wir ja am Sonntag gemerkt. Da war es noch extremer. cool. Zeig mal einfach kein Bild an, du Arschloch. und die Rätschrift. Geht's bei dir? Äh, ich reiß nicht. Bei uns hatte ich Frächer. Jetzt habe ich wieder Bild. Aber 3.000 ausgelassene Frächer. What the fuck? Es läuft ja gerade ja super. Ich bin bei 3.5 gerade. Okay. Und deswegen treffen wir uns, liebe Leute, immer vorher, damit wir das eigentlich relativ früh beheben können, aber da Sonntag eigentlich alles geklappt hat und bei Ja, und mein Monitor hat wirklich gerade beim Starten hat er gesagt, ich mache jetzt die Rätschrift. Ja. Also da kommen wir echt nichts für. Es hat Sonntag alles geklappt, bei Alex hat gestern noch alles geklappt im Stream und heute bam. Macht euch nichts draus, ich bin bei 5.000 eingekommen. Das liegt nicht begeistert. Aber ähm, ähm, Sag mal so, das liegt ja eigentlich daran, ähm, ich hinzelle immer den Treiber neu. Alex, soll ich dir was sagen? Ja? Wir haben Einjähriges. Ja. Nee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt Einjähriges. Am neunten? Das war am sechsten oder sowas, aber... Stimmt, das ist ja ein Tag, ja, das stimmt, aber... Wir haben jetzt Einjähriges. Äh, wie gesagt, also, ich muss den Treiber nochmal komplett neu installieren und nochmal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. sieht es bei mir jetzt eigentlich besser aus oder nicht? Ja, weil ich habe momentan, äh, 6900 ausgelassene Frames und es werden immer mehr. Keine Ahnung. Ist es denn wegen Grafik oder wegen Internet? Wegen was? Ja, ist es wegen... Es steht auch dran. Ist es, ähm, Codierungsfehler oder Renderverzögerung oder Netzwerk? Bei OBS steht das immer unten. mein OBS sagt mir nur, dass ich diese ausgelassenen Frames habe. Momentan habe ich auch angeblich eine, äh, also eine rote Verbindung ähm, mit 2.000, 3.500 Kbps. Jetzt sind es 2.500, jetzt sind es 1.700. Ich bin schon bei über 9.000 ausgelassenen Frames angeblich. Spannend. Ist auch mal ein interessanter Real Talk. Ja. Da sind wir ja schon mal bei, Neujahrsvorsitz. Wollt ihr euch so ein Neujahrsvorsitz setzen? Ähm, hast du denn die Statistiken nicht angezeigt? Äh, ich glaube nicht. Ja, das würde ich mal machen. Wie denn? Was muss ich denn einstellen dafür? Nur auf Docs, äh, oben hast du ja Docs, äh, also eine Datei bearbeiten an sich Docs und da Statistiken. Ja, ja, ja. und da steht alles mögliche drin. Ja, wie viel Auslastung, FPS, durchschnittlich Framerenderzeit, ausgelassene Frames durch Renderverzögerung. Da habe ich gerade richtig viele, weil ich halt den Grafikreiber neu installiere. So, also, was habe ich denn hier Schönes? Ähm, Stream ist live, äh, ausgelassene Frames, 10.000, äh, ja, Netzwerk, Renderverzögerung, ausgelassene Frames, durch Renderverzögerung, Renderverzögerung. Was heißt denn eine Grafikkarte oder eine Grafikkarte? Datenträger, Datenträger voll in ungefähr, bla bla bla. Speicher aus, hä? Aufgelassene Frames bin ich bei knapp 1.000, also durch Renderverzögerung. Ja, das war aber vorhin nicht so, bevor es, bevor es sich umgestellt hat. Ja, sonst musst du die, äh, musst du die Voreinstellung doch mal ein bisschen runtersetzen. Auf P5 oder P4. Glaube ich auch tatsächlich. So, ich mache es mal auf P5, übernehmen, zack. Schauen wir mal, was jetzt da Schönes bei passiert. So. Möchte ich jetzt wieder neu starten, oder nicht? Weiß ich nicht. Naja, eigentlich nicht. Nee, ne? Ich werde mir jetzt noch meinen zweiten Teller... Bei mir verschwindet jetzt auch die Kamera wieder, damit ich meinen Treiber hier mal für den inszenieren kann. Mach das. Und ich bin auch gleich wieder da. Meine ausgelassene Frames werden immer mehr. Bin schon bei 14.000. Ich gehe jetzt mal auf P4 runter. Das ist echt interessant. Ausgabe auf P4. Tuning, hohe Qualität. Wo sind jetzt alle hin? Denk ist alleine hier mit euch. Das ist ja super, auch nicht schlecht. Ja, ähm... Wie gesagt, ich, äh... mache jetzt den nächsten Neustart in die Treiberinstallation und dann muss ich gucken. Hm. Dann wieder klappt oder klappt nicht. Soll ich doch zwei Durchgänge machen eventuell, oder nicht? Nee, 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 bloß nicht. Dann hast du ja... Dauert es ja noch länger zu rendern und, ähm... Du hast natürlich auch mehr Delay drin. Vielleicht soll ich die Bitrate noch runtersetzen. Was meinst du? 5.000 manchmal. Ja. Ja, Freunde, gute Unterhaltung. Let's live. Das hat Arkane wieder gemacht mit dem Titel. Und ja, ich hab mir sogar die Kritik äh... zu Herzen genommen, die es, äh... die an, äh... gern herangetragen wurde, dass ich mit meiner Mütze nicht seriös wirke, deswegen heute ohne Mütze. Jawohl! Sehr schön. Äh, hallöchen, Kat. Hi, Kat. Also, meine ausgelassenen Frames sind momentan auf dem Weg zu 20.000. Ich fühle das wunderbar. Ich fühle es richtig. Ein hallöchen Shikamu. Willkommen zu deinem ersten Real Talk. Der Mensch hat ja Haare. So ist es. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Der Mensch hat Haare. Naja, äh, hier, äh... Wie ihr seht, äh, nicht mehr viele, aber es... Wahnsinn. Ja. Also, ist es bei mir jetzt eigentlich mit der Ausgabe wieder besser, dass da in dem Fall, äh, ich nicht mehr so lagge, oder, äh, ist das immer noch genauso katastrophal wie vorher? Äh, das müssen wir einfach mal beobachten. Äh, kurz bei, bei mir im OBS beobachte ich das, weil, ähm... Es ist besser. Okay. In Ninja ist es, äh, äh, so, äh, da ist deine Kameraqualität irgendwie... Ninja überträgt deine Kameraqualität nicht. OBS überträgt deine Kameraqualität. Da siehst du wesentlich mwah aus. Und hier siehst du mwah aus. Ja, wie ich aussehe. So. Also, Real Talk ist immer gut, finde ich auch sehr schön. Real Talk ist ja auch super. Ähm, so soll das ja auch sein, ne? Kennen wir ja. So. Ich erkläre mal jetzt haben wir natürlich... Die neuen, ähm, was der Real Talk überhaupt ist für die, die es noch gar nicht wissen. Richtig. Willst du erklären? Soll ich erklären? Das kann ruhig, es ist ja, ne? Äh, du kannst es natürlich immer gerne, ähm, erweitern, wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, was garantiert der Fall sein wird. Ich, ich melde mich dann einfach. Ja. Also im Prinzip geht es darum, äh, wir suchen uns ein Thema raus, äh, worüber wir gerne sprechen würden und, äh, eventuell sogar eine unterschiedliche Meinung haben. So wie es jetzt bei Jahres, äh, Neujahrsvorsätze ist, da werden wir garantiert, äh, in gewissen Punkten eine unterschiedliche Meinung haben und die diskutieren wir dann. Und wenn es ein, äh, wichtiges Thema ist, ähm, so wie, äh, es wir vor ein paar Wochen hatten, äh, mit der Persönlichkeitsstörung und, äh, Kindesmissbrauch und so weiter, dafür ist nämlich dieser Real Talk auch da, um die Leuten, die eine andere Meinung zu dem Thema haben, unsere Meinung zu zeigen und sie eventuell zum Umdenken zu bringen, beziehungsweise, dass sie uns ihre Meinung sagen und uns zum Umdenken bringen können. Dass wir einfach darüber offen reden können und sagen können, okay, meine Meinung ist aber, ähm, äh, dass Aktivismus, was die letzte Generation macht, äh, voll geil ist, äh, Jan sagt, nee, Moment mal, also, äh, was sie da machen, ist zwar in Ordnung, äh, vom Prinzip her, aber, dass sie das und das machen, äh, ist blöd, woran ich da natürlich nicht gedacht habe und sagt dann, hm, stimmt, hast recht. Und so verändert sich eine Meinung. Äh, man kommt vielleicht nicht von der ursprünglichen Meinung komplett ab, was wir auch nicht bezwecken wollen, dass ihr das macht, ähm, aber dass ihr eure Meinung, euer Wissen erweitert und euch, äh, das Ganze ein bisschen besser ansehen könnt und dadurch die Meinung, ähm, verändern könnt, umbauen könnt, erweitern könnt. Das ist so im Prinzip, äh, Versuchen wir es doch. Ja. Du willst das sagen. Versuchen wir es doch einfach jetzt mal mit diesen, eigentlich, ich finde das Thema zum Beispiel eigentlich total doof, wenn ich das mal so sage. Das Thema Neujahrsvorsätze. Denn was sind denn Neujahrsvorsätze? Wir fangen jetzt einfach mal an und reden einfach mal ein bisschen darüber. So, was sind Neujahrsvorsätze? Äh, woher die kommen und so, kommen wir auch gleich noch drauf. Aber was sind Neujahrsvorsätze? Neujahrsvorsätze sind, ähm, ich sage zu mir, dieses Jahr muss ich, ähm, es schaffen, irgendwas anders zu machen. Oder ich möchte zum Beispiel, dieses Jahr möchte ich unbedingt nach Venedig in den Urlaub. Das ist mein Neujahrsvorsatz, als Beispiel jetzt. Genau. Das heißt, ich habe diesen Vorsatz mir gegeben, mit dem gewissen Nachdruck, das ist jetzt meine Erzählung dazu, mit dem gewissen Nachdruck dahinter, ein Neujahrsvorsatz ist dafür da, ähm, mir Druck zu machen, dass ich das auch schaffe bis zum Ende des Jahres. Ja. Jetzt gehen wir davon aus, mein Neujahrsvorsatz ist es, wie gesagt, nach Venedig zu fahren. Venedig ist jetzt da nicht, ciao, mein Venedig ist es nicht gerade direkt um die Ecke, aber kann man ja hin, wenn man möchte. Jetzt passiert irgendwas total Unerwartetes. Beispielsweise, ich hatte einen blöden Unfall auf der Arbeit. Dadurch bin ich jetzt erstmal bettlägerisch und kann das natürlich dann nicht verfolgen. Was ist dann aus meinem Vorsatz? Der wird nach hinten verschoben, denn mein Urlaub, der nämlich dann wäre im Juni, ist verschoben worden, dadurch, dass ich den Unfall hatte. Jetzt sind wir wieder raus aus dem Krankenhaus gekommen, ich muss das Gehen wieder kommen, komplett neu erlernen als Beispiel und bin auf einmal im September. Ja, da ist das Wetter natürlich da unten richtig doof und das Problem ist auch noch, da ich die Reise dann natürlich auch noch antreten muss irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja, hm, aber das Geld ist es knapp gewesen, weil ich von der Krankenkasse gelebt habe. Ach, sowas ärgerlich ist aber auch. Heißt de facto, der Urlaub ist in diesem Jahr dann komplett ins Wasser gefallen. Ich glaube, dein Beispiel ist eher kontraproduktiv, weil das ist höhere Gewalt, wenn du einen Unfall hast und das kann man, ja, da ist fast so gut wie fast jeder Vorsatz, den du dir gibst, egal ob es ein Jahresvorsatz ist oder ein genereller Vorsatz, erst mal hinfällig. Okay, machen wir es anders. Wie wäre es denn damit, wenn ich einfach gekündigt werde? Aua, wieso hörst du dich wieder so blöd an? Sorry, habe ich blöd an bei euch? Also, wenn ich aber gekündigt werde, aus irgendeinem Grund, oder was auch immer. Ich werde gekündigt. Und? Alles gut? Nein, überhaupt nicht. Du krasspilst, Roboter, alles. Oh, warte. Was so? Oh, Mann. Also mein Internet ist aber so weit noch vollkommen da. Ja, ich habe keine Ahnung. VoiceMeeter ist da total banane. Ich muss dann jedes Mal wieder mein Gaming-Headset aktivieren, obwohl es aktiviert ist, damit du wieder klar bist. Gehen wir einfach davon aus, das ist jetzt keine höhere Gewalt, aber du wirst aus Grund irgendeiner Sache in deiner Firma gekündigt. Das heißt, das Geld hast du dann nicht für den Urlaub. Du hast den Vorsatz dir aber gemacht, dass du in diesen Urlaub fahren möchtest. Ja. Was machst du dann? Ist keine höhere Gewalt. So, damit ist der Vorsatz, den du hattest, dass du dieses Jahr nach Venedig wolltest, schon mal komplett für den Poppes. So, und das ist halt die Sache mit den Vorsätzen. Vorsätze sind für mich persönlich eigentlich nur ein Selbstdruckmittel. Schikamu schreibt, Neujahrsvorsätze sind für mich persönlich komisch, gerade so Vorsätze wie, ich mache ab nächstes Jahr Sport. Ja, ja, wenn man sich fest etwas vornehmen möchte, was einem wirklich wichtig ist, dann mach es doch jetzt und nicht in den letzten ein paar Wochen, wenn das Jahr vorbei ist. Ja, man verarscht sich quasi selber irgendwie zum Teil. Das stimmt komplett. Und da bin ich komplett deiner Meinung, Schika, wenn man sich sogenannte Jahres-, also Neujahrsvorsätze setzt, verarscht man sich selbst. Man sollte sich einen allgemeinen Vorsatz machen, ich möchte mehr Sport machen, um gesünder zu leben. Nicht heute, nicht morgen, aber ich möchte es langsam angehen. Ich möchte auch irgendwann auf einem Niveau sein, bap, bap, bap. Ich habe mir zum Beispiel den Vorsatz gemacht mit meiner Arbeit. Ich bin psychisch erkrankt, ich bin arbeitsunfähig geschrieben. Ich darf nur drei Stunden am Tag arbeiten. Habe mir jetzt den Vorsatz gemacht. So, ich mache eine Maßnahme. Im ersten Jahr habe ich einen Tag gearbeitet, a drei Stunden. Das ist jetzt mein zweites Jahr. Ist um, habe ich zwei Tage a drei Stunden gearbeitet. Ab Februar möchte ich gerne drei Tage drei Stunden arbeiten. Im vierten Jahr dann vier Tage, im fünften dann fünf Tage und dann die Stunden erhöhen. Das ist mein Vorsatz, den ich mir festgelegt habe, was ich machen möchte und daran arbeite ich auch. Das kannst du nicht als Jahresvorsatz machen, weil dann setzt du dich teilweise so unter Druck, wie es jedenfalls bei mir so, dass ich mich dann so unter Druck setze, dass es gar nichts mehr bringt und ich komplett dicht mache aus psychischer Sicht. und das ist halt die Sache. Und ja, wenn man sich, wenn man sie recht allgemein hält, okay, sagen wir es mal so, also, wenn ich jetzt quasi mir selber Vorsätze geben würde für dieses Jahr, also zum Ende des letzten Jahres, ich bin momentan tatsächlich auch durch meine ganze Lebensgeschichte und dergleichen auch in eine, ich würde es mal als, ich weiß nicht, ob es so ist, in eine mittlere Depression geschlittert. So, ist so, ne, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht, weiß ich es nicht hundertprozentig, muss ich halt noch rausfinden. Also eine Leichte auf jeden Fall. Okay, es ist also eine mittlere Depression, die ich da habe. So, sagen wir es mal so. Und diese mittlere Depression, die ich habe, würde ich, das ist jetzt aber kein Vorsatz für mich, ich würde es gerne schaffen, die alsbald aus meinem Leben als abgehakt anzusehen, wozu ich jetzt aber Therapeuten gucken muss und so weiter und so fort. So, und daher dann die Frage, macht das Sinn, dass ich das als Vorsatz nehme, dass ich dieses Jahr diese Depression so bekämpft habe, dass ich die nie wieder habe? Weiß ich nicht. Als Vorsatz würde ich es nicht nehmen. Ich würde es eigentlich sagen so, eher nicht als Vorsatz, sondern als ein Ziel, das zu bearbeiten und nicht als ein Vorsatz zu sagen, das ist dieses Jahresende weg und du kannst wieder arbeiten. von einem Vorsatz. Also, ein Vorsatz ist quasi Du hast es vor. Du hast was vor. Du möchtest es erreichen. Vor, das zu machen. Richtig. Aber ein Ziel ist doch, dass du es machen willst, machst. Dass du es, wenn du es erst nicht hast, das ist dein Ziel. Ein Ziel, ein Ziel, da fühle ich mich richtig, genau. Wenn ich mir das Ziel setze und es nicht einhalte, habe ich versagt. Dann mache ich mir doch lieber den Vorsatz. Ja, beim Vorsatz aber auch. Beim Vorsatz aber auch. Nicht so stark, weil ich es ja vorhabe. Ja. Und wenn es nicht klappt, ist es auch nicht. Deswegen sage ich, deswegen sage ich, der Vorsatz wäre, meine Depression zu bearbeiten. Das Ziel ist es, Ende diesen Jahres mit meiner Depression gearbeitet zu haben und dadurch dann vielleicht Lösungswege gefunden zu haben. Aber nicht zu sagen, die ist am Ende des Jahres weg. Das sind viel zu krass hochgesetzte Ziele. Ich kann ja auch sagen, wenn ich Sport treiben möchte, so wie Shika das gerade sagte, mit Sport treiben. Ja, also mein Vorsatz ist es, dass ich am Ende des Jahres erstmal ein schönes Sixpack habe. Ja, okay, sorry. Am Ende des Jahres erstmal ein schönes Sixpack habe. Ja, toll. Ja, machste, ne? Schaffste. Ich? Warte. Ich schaff das doch noch mit dem Sixpack, oder? Hier. Warte, den Bauch. Ja. Warte, Luft anhalten. Brauch einziehen, Luft anhalten. Das war zu viel Luft anhalten. Wird dir schlecht, ne? Ihr dürft übrigens auch wie immer Klips machen, nur so zur Info. Ja, das ist immer, aber ich muss immer sagen, was bringt einem das denn? Was bringt einem das denn? Also diese ganzen Vorsätze sind immer so Dinge, wo ich mich frage, hm. Nein. Vorsätze bringen, das sehe ich genauso. Ich finde es, wenn ich schon alleine höre, ich nehme mir als Vorsatz vor, dieses Jahr ins Gym zu gehen und da zu pumpen und so weiter. Viel Spaß, ich bin raus. Und du siehst am Ende, und du auch fährst ja im Gym, ja, ich habe mich angemeldet, ähm, ja, wie viel kannst du jetzt drücken? Ja, ich habe mich eigentlich mal angemeldet. Ja, toll. Rausgeschmissen ist Geld. Das ist schon mal, schon mal, schon mal, schon mal gut, schon mal gut gemacht. Du hast dich schon mal angemeldet. Ja, du hast dir ein, das ist doch rausgeschmissenes Geld. Und wofür? Weil du dir einen Vorsatz gemacht hast, dass du unbedingt ins Gym gehen willst, äh, um dir deinen Traumkörper, äh, in Anführungszeichen, zu machen. Das hältst du doch eh nicht ein. Das halten zwei, drei Prozent der Leute ein, die das sagen. Äh, vor denen Leuten muss man Respekt haben, die sagen, so, als Jahresvorsatz mache ich das, das, das und das und die es auch einhalten. Weil 98 Prozent, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, halten nicht ihre Jahresvorsätze ein, die sie sich stecken. Ich mache mir das seit Jahren schon, aus Spaß, ja, äh, so wie du am Sonntag gesagt hast, aus Spaß, ja, ich werde Millionär, das ist mein Jahresvorsatz. Das, äh, sonst? Ja, für dieses Jahr, für dieses Jahr wird das noch schwer, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr. Ich meine, ich arbeite inzwischen schon, ich sag mal so, ich arbeite inzwischen schon an meiner dritten Million, ne, das wisst ihr wahrscheinlich, weiß es noch keiner, ich arbeite inzwischen an meiner dritten Million, weil die ersten beiden haben leider nicht funktioniert. Ist so. Es ist total doof, aber das ist immer so Witze, wo ich den einfach, die muss ich einfach raushauen, weil das ist einfach genau so, das ist einfach so total doof, aber egal. Der ist so platt, und ich muss trotzdem drüber lachen, weil er so platt ist, so genial ist. Der ist trotzdem drüber lachen. Ja. Ja, es ist ja genau, es ist auch genau das, so, also, von daher, ähm, woher kommen denn überhaupt die Vorsätze, mal so im Allgemeinen? Ich würde gerne meine Google-Maschine befragen, aber die ist gerade offline. Meine Google-Maschine ist leider offline. Gerade offline, das ist natürlich sehr schade. Ja, oder siehst du ihn irgendwo hier? Ja, Alex ist doch unsere Google-Maschine. Ja, alles raus, googelt schon alles raus, und sagt so, faktisch ist das so und so. Punkt. Also, es heißt, in Google heißt es, erst mal so, die Tradition, Vorsätze für das neue Jahr zu fassen, das ist auch so eine Sache, fürs neue Jahr, warum immer fürs neue Jahr, warum muss es immer, warum ist immer der Stichtag, der erste, der erste, ist auch so eine Sache. Weil ein neues Jahr beginnt. Kann man auch übersprechen gleich. Reicht über vier, ja, reicht über vier tausend Jahre zurück. Das heißt, das ist also quasi noch vor unserer heutigen Zeitrechnung, vor Jesu, ne, so. Vorsehende fanden heraus, dass die ersten Menschen, die Vorsätze fassten, auch die ersten waren, die überhaupt ein neues Jahr feierten. Die Menschen im alten Babylon. So. Wäre es eigentlich mal, warum macht man sich eigentlich immer gute Vorsätze? Ist auch so eine Frage, wo man das echt überlegen muss. Warum sind es immer gute Vorsätze? Wie zum Beispiel, zu sagen, ja. Ich glaube, das ist Ansichtssache. Für mich ist es, ins Fitnessstudio zu gehen, damit ich fitter werde. Was willst du dir einen schlechten Vorsatz machen? Ja, aber es gibt auch keine schlechten Vorsätze. Doch, garantiert. Ich riebe dir Brief und Siegel drauf, dass es da einige Leute gibt und die sagen so, als Vorsatz für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr habe ich mir vorgenommen, den Teich, der bei uns ums Eck ist, noch mehr zu verbringen. Einen Menschen zu ermorden. Oder? Ja, gut. So wie du es gesagt hast. Ja, gerade als ein Mensch zu ermorden oder so. Nee, aber so wie du es gesagt hast, das kam mir tatsächlich als Erdnis im Sinn. Es ist garantiert solche Leute gibt, die sagen so, ich habe letztes Jahr zwei umgebracht. Dieses Jahr nehme ich mir als Vorsatz vor, mindestens drei umzubringen. Gibt es garantiert solche Idioten? Und das ist eine traurige Realität. Es gibt ja alles auf der Erde. Ja, das stimmt wohl. Obwohl man jetzt eigentlich so als als ich finde dieses Wort Vorsatz halt immer so doof, weil Vorsatz ist für mich immer mit dem neuen Jahr verbunden. Ja. Es ist immer so. Wenn einer von einem Vorsatz spricht, dann ist es immer für mich, ah, hast du also am ersten, ersten wolltest es machen, hast es dann quasi bis heute nicht durchgezogen. Dankeschön. Als Vorsatz. Also, wenn ich zum Beispiel sage, alles klar, ich möchte ein neues Hintergrundbild für diesen Stream hier machen als Beispiel. Hatten wir uns ja für dieses Jahr vorgenommen, dass es dieses Jahr rauskommt. Ja. Vorgenommen. Das ist was anderes. Vorgenommen heißt ja, das ist dann so quasi ohne einen Termin zu haben. Vorgenommen heißt erstmal so, alles klar, es ist erstmal bis auf weiteres so noch offen, es kommt, aber es ist vorgenommen. Das ist in Ordnung. Als Vorsatz heißt es so, richtig, es ist in Planung. Aber als Vorsatz würde das heißen so, wir haben als Vorsatz für dieses Jahr, dass ab dem ersten, zweiten, das neue Bild da ist, mit neuem Trailer, mit neuem Roundabout und wir haben mindestens 200 Zuschauer. So, das wäre der Vorsatz. Hä? Unrealistisch teilweise. Wir haben gar keine Info abgespielt heute. Stimmt wohl. Wir haben aber jetzt auch angefangen, weil der Xafon gesagt hat, dass der Alex hat uns geschrieben eben in die Gruppe, dass er wahrscheinlich noch länger braucht und dass wir jetzt ohnehin anfangen sollen. Das habe ich gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an und reden über das Thema. Weil, ja, also Vorsätze, ja. Also für mich sind Vorsätze eigentlich nur ein Hirngespinst. Ja. Jetzt frage ich mal so allgemein in den Chats. Und wenn man wieder Dinge sich aufs nächste Jahr verschieben kann. Ähm, habt ihr euch, also die Chats jetzt von, er hat Vorsätze. Habt ihr Vorsätze? Also, ich habe mir tatsächlich keinen Vorsatz gemacht, habe ich auch vorhin schon gesagt, weil, finde ich Schwachsinn. Ich habe mir das Ziel dieses Jahr gesteckt, das habe ich mir aber schon letztes Jahr gesteckt, dass ich drei Tage die Woche arbeiten möchte, um gut ist. das ist so mein persönliches Ziel, dass ich das durchziehen möchte. Da warst du kurz weg und da bist du schon wieder. Ja. Kann man das als Vorsatz sehen? Ja, man kann es tatsächlich als Vorsatz sehen, weil ich das Jahr für Jahr steigern möchte. Aber das ist eher für mich so ein, ähm, nicht ein Vorsatz, so ein typischer Jahresvorsatz, wie ich mache mehr Sport, ich ernähre mich gesünder, das muss ich am 1.1. und bis zum, dann und dann muss ich, äh, äh, Erfolge zeigen. Wenn es bei mir nicht klappt, klappt es bei mir nicht. So einfach ist es. Da mache ich mir auch keinen Stress, weil ich das auf meinem Tempo mache. Gemächlich und dann, äh, wenn es klappt, geil, wenn es nicht klappt, scheiße. Aber ist halt so. Also, mein erster Vorsatz für dieses Jahr ist ja jetzt gerade schon in Erfüllung gegangen. Ich bin wieder dabei. Mein zweiter Vorsatz war, mein Soundsystem soll ja umgestellt werden, ist auch umgestellt worden. Mein dritter Vorsatz hat noch nicht geklappt, besseres Internet. Mein vierter Vorsatz ist ja schon im letzten Jahr, äh, in Erfüllung gegangen. Ich habe diese nette Dame hier hinter dem PC. Bin du Nummer vier? Nee, du bist eigentlich Nummer eins gewesen, aber das war ja letztes Jahr schon so. Von daher bist du jetzt auf Platz vier gerückt, weil ich jetzt erst nur vom neuen Jahr gesprochen habe, ne? Ich bin Nummer vier? Hä? Mann. Kani hat's gerade verschlupft. Haha. Ich hätte mich fast verschlupft. Dieses Ersetzte. Ich bin nur Nummer vier. Und dieses Traurige. Ja, du bist nur Nummer vier, meine Liebe. Nummer fünf war ja dann eigentlich auch, Nummer fünf war ja auch eigentlich dann auch letztes Jahr ein, ein, äh, gezieltes Ziel gewesen, dass, äh, ne, ähm, wiederholen Satz. Eine Arbeitsstelle sagt zu mir ade. Ein gezieltes Ziel? Ein gezieltes Ziel war das, genau. Es war ein, ein Ziel, das ich angepeilt habe und drauf geschossen habe und es hat geklappt, denn, ne? Nein, Spaß. Also so ist es ja nicht gemeint gewesen. Nee, aber, äh, aber wann ich jetzt in dem Fall einen Arbeitsstellenwechsel machen kann, weiß ich ja auch noch nicht. Ja. Das wäre dann quasi so ein Vorsatz für dieses Jahr wiederum. Äh, aber keine Ahnung, weiß ich ja noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, was ich genau alles habe. Muss ich jetzt mal gucken. Kann ich, äh, nachvollziehen tatsächlich. Du hast ja letztes Jahr einiges, äh, durchmachen müssen. Ja. Ich bin ja froh, also mein Jahres, äh, Vorsatz, wenn man es so nennt, darf, hat sich ja schon, hat sich ja schon, äh, erfüllt. Real Talk, äh, geht's ins zweite Jahr. Äh, besser geht's nicht. Äh, wir bleiben dran, äh, erweitern uns, wollen uns auch, ähm, technisch und, äh, äh, visuell, äh, erweitern. Äh, und verbessern, das klappt, alles ist auf dem Weg, äh, und das ist so mein, äh, nicht Vorsatz, und mein Ziel, dass, äh, das alles so auf einen Stand kommt, wenn es erst Ende Dezember klappt, mit allem drum und dran, dann ist es so. Aber das ist so das Ziel dieses Jahr für mich. Kein Vorsatz, das ist ein Ziel, also das steckt mich mir tatsächlich als Ziel, dass wir dieses Jahr ein, äh, ein, äh, einheitliches Overlay haben, ein geiles Intro, das Intro jetzt ist auch schon, äh, geil, aber nicht, ähm, ja, unser, ähm, unser, äh, unser Format entsprechen, wenn du weißt, weil unser Format hat sich von einem, ähm, Palabra, äh, zu einem, ähm, ernsten Palabra entwickelt. Also soll ich das quasi dann so aufbauen, dass wir von so einem Quatschpalabra zum ernsten Palabra übergehen, dann sagen, alles klar, Intro fertig? Das ist doch geil. Aber, ähm, es ist halt so eine Sache. Und dann kommt, eins, zwei, drei, Risiko. Ja. Oder, äh, was weiß ich, äh, mein Haus, mein Block, meine Straße, ach, keine Ahnung, wie das Scheiße heißt. So ein düster, düster Deutsch. Lass es, lass es einfach. Ich kann nicht scherzen, ich kann nicht singen, ich kann gar nichts. Ja. Du sagst auch noch, ja, du Arsch! Das heißt, das, das ist, das ist also ein Vorsatz von dir dieses Jahr, dem gebe ich dir jetzt, nicht versuchen zu singen. Du bist weder ein singender Taxifahrer noch irgendwas anderes. Vollsatz abgeschmettert, weil ich, was heißt, ich singe gerne? Nein, ich singe nicht gerne, weil ich weiß, dass ich nicht singe. Ja, du schön, ne? Weil ich weiß, dass ich nicht singen kann. Aber so ab und zu kommt es einfach mal raus. Und da ich halt eine lebenslustige Person bin, ne, da muss es einfach mal raus. Es ist nicht so extrem wie bei Implowerin, wo Josi da am laufenden Band singt und du denkst, ähm, ja. Josi, wir haben noch eine Rechnung offen, falls du das jemals sehen solltest. Du hast mich gekillt, als ich mich das erste Mal getraut habe zu singen. In der Mungas. Ja, komm mal, wie gesagt, das Thema ist ja eigentlich, haben wir eigentlich gedacht, erst mal so, das ist eigentlich ein recht kleines Thema, hat man recht schnell durch, aber ist gar nicht. Nein, haben wir nicht. Weil Vorsätze, also ich, das ist nämlich der Fehler, den viele denken, die kommen jetzt hier rein, sehen, Neujahrsvorsätze, langweiliges Thema. Es ist aber ganz spannend, was der Unterschied zwischen Vorsätze und Zielen tatsächlich ist. Warum man sich gerade zum Neujahr Vorsätze setzt und ich sagt am 5.7. So, ich habe jetzt vor, innerhalb von einem Jahr das und das zu machen. Das ist mein Jahresvorsatz. Nee, der Jahresvorsatz beginnt am 1.1. und endet am 31.12. Wenn du es nicht schaffst, was ist dann damit? Da hast du verkackt und bist du... eine Tonne, nächster. Ja, das ist wirklich, so Jahresvorsätze werden auf die leichte Schulter genommen. Ich weiß nicht, wie es früher war. Ich kann mir vorstellen, dass es früher tatsächlich so war. Die haben sich gesagt, so, dieses Jahr wollen wir in eine bessere Höhle ziehen, um besser vor Tieren geschützt zu sein. Und wenn du den verkackt hast, ich glaube, dann hast du war richtig... Dann war es... war die Kacke wirklich am Dampfen. Ich glaube, die Jahresvorsätze, die sich zu einer Zeit gemacht haben, wurde dann auch keine richtige... Die hatten ja... Sagen wir mal so, wir hatten eigentlich in der Höhlenmenschzeit, wusste keiner, dass es ein Jahr gibt. Woher kommt das Jahr auch? Das ist auch mal eine interessante Frage. Zeitrechnung. Das allgemeine Jahr berechnete, ne, Zeitrechnung. Woher kommt die Zeitrechnung? Warum hat ein Jahr 365 Tage, wenn es trotzdem Schaltjahre dazwischen gibt, die einen Tag weniger haben, wodurch man dann in dem Fall einen Tag mehr haben, Entschuldigung, einen Tag mehr haben, wodurch dann in dem Fall die Zeitrechnung wieder anders gerechnet wird? Warum hat der Tag 24 Stunden, wenn dann die Uhr zwischendurch vor- und zurückgestellt wird und so weiter und so fort? Das macht eigentlich für mich gar keinen Sinn. Für mich macht die heutige Zeitrechnung auch absolut gar keinen Sinn. Überhaupt nicht. Es hat mal einer ausgerechnet, dass es eigentlich 13 Monate A 28 Tage sind und du hast trotzdem ein Schaltjahr dazwischen, wo es einmal 29 Tage sind. Aber sonst hast du generell immer 28 Tage. Also, könnt ihr auch mal gerne nachrichten. Zurzeit? Es sind tatsächlich pro Monat 28 Tage. Da hätten wir 13 Monate, vier Wochen, jeder Monat, gut, man hätte jeder am selben Tag am Geburtstag, am selben Wochentag und so weiter. Die ganzen Feiertage würden immer auf den selben Wochentag fallen. Klasse. Na und? Man hätte wirklich konstant, man hätte vier Wochen und nicht viereinhalb, dreieinhalb, fünf, sechs, da kommt es ja komplett durcheinander. Je nachdem, wo es gerade lang geht, hast du ja Das kannst du aber keinen CDU-Wähler erklären, weil die dann sagen würden, wir müssen unseren Mitarbeitern aber schneller Gehalt wiedergeben. So, also, der römische Universalgelehrte Varro entwickelte im ersten Jahrhundert vor Christus die Zeitrechnung ab Urbe Condita hieß diese, als, also ab der Gründung der Stadt Rom, die er in das Jahr 753 vor Christus datierte, als es 525 nach, nach was war, ja, mach mal auf das Ding hier, mein Gott, oh, super, so, warte, also das ist in dem Fall so, eine 753 vor Christus wohl die Zeitrechnung eingeführt. Die Azteken hatten ja auch einen Kalender, welcher da bis 2016, das war ein anderer Kalender, aber der ging ja von der Zeitrechnung von unserer, unser Verständnis her bis 2016, ab da soll es dann in dem Fall, ne, als es 525 nach Christus zu Schwierigkeiten bei der Datierung des Osterfestes kam, schlug der Mönch Dionys Exigus Christi, Christis Geburt als Beginn der Zeitzählung vor. Diese wurde von ihm auf das Jahr 753 nach der Gründung der Stadt Rom gelegt. Es soll allerdings Jahrhunderte dauern, bis sich die Zeitrechnung in Westeuropa durchsetzte. Von daher kam dann auch dieses jetzt heutige 2024 nach Christi zustande. Das ist tatsächlich auch sehr interessant. Also irgendeiner hat sich gedacht, irgendwie ist es langweilig, alles nur in Zahlen zu machen, wir sagen jetzt ein paar Mal, wir haben zwölf Monate. Ja. Ja. Das ist komplett bescheuert, aber ist so, tatsächlich. Und das ist aber, man muss auch wieder sagen, das ist ja nur laut dem jetzigen Wissen des Menschen, wenn man jetzt irgendwie hier irgendwas findet, was noch weiter zurückdatiert wäre, mit einer Art Kalender, kalendarische Darstellung eines Jahres, dann wäre es ja nochmal anders. Das Problem ist, die ganzen alten Schriften sind ja leider alle schon größtenteils verloren gegangen. Gut, ich glaube, wenn unser Zeitalter vorbei ist, unser Zeitalter der Technik, was wir ja momentan haben, und die Menschheit es tatsächlich schafft, den Planeten so kaputt zu machen, dass technisch nichts mehr bringt und sie wieder auf dem Stand von vor tausend Jahren ist, dann ist unsere Schriftstücke sind dann auch alle verloren. Das muss man sich mal überlegen, weil heutzutage wird doch alles nur noch auf Computer gemacht. Krankenmeldungen werden elektronisch jetzt verschickt. Du bringst alles nur noch elektronisch. Du musst dies elektronisch machen, du musst das elektronisch machen. existent gefühlt nichts. Ja, Papier sparen. Yay. Schon mal was von wiederverwendbarem Papier gehört? Das gibt es schon seit zig Jahren und jetzt um Papier zu sparen muss alles elektronisch gemacht werden, wo die Chance besteht, dass ein Hacker alles löscht und alle Daten weg sind? Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Hacker deinen PC hackt und wie wahrscheinlich ist es, dass ein Fremder bei dir einbricht und deine Dokumente verbrennt? Was ist wahrscheinlicher? Ja, dass ein Hacker kommt und alles löscht. Genau so ist es. Es war ja zum Beispiel auch so, das war mit Sicherheit auch lustigerweise ein Vorsatz, aber kein Neujahresvorsatz, sondern ein Vorsatz für alle Programmierer von Microsoft als Vorgabe für das Millennium, das Jahr 2000, alle PCs von Windows, die mit Windows betrieben werden, darauf vorzubereiten, dass das Jahr 2000 angezeigt werden kann und man nicht auf einmal komplett im Dunkeln sitzt. Man hat ja gesagt, das war ja damals noch, das weiß ich noch ganz genau, hat man gesagt, wenn das Jahr 2000 anbricht, kann es sein, dass auf einmal die gesamte Welt dunkel ist, weil die ganzen Rechner, die auch die Kraftwerke und sowas benutzen, ausfallen könnten, wenn das Jahr 2000 kommt. Der Sekunde, wo das Jahr 2000 beginnt. Es hat geklappt, zum Glück, klar, ja. Aber war auch lustig, die Zeit. Das war ein Vorsatz, weil es ja quasi von einem Vorgesetzten denen vorgesetzt wurde, das zu machen. Ganz, ganz wichtig, oberste Priorität. Ist das nicht, das ist eine Vorgabe, aber kein Vorsatz. Eine Vorgabe, ne? Mhm. Ja, stimmt. Eine Vorgabe passt da hin. Ein Vorsatz wäre es ja, wenn sie gesagt hätten, im Jahr 2000 haben wir vor, das und das zu machen. Dann ist es ein Vorsatz. Sobald du sagst, du hast was vor, ist es ein Vorsatz. wenn du aber jemanden sagst, so, du musst das und das machen, ist es eine Vorgabe. Stimmt. Aber es war ja damals nicht. Und wenn jemand sagt, wir erreichen dieses Jahr das und das, dann ist es ein festgelegtes Ziel. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber pass auf, es wäre ja eigentlich so, man wusste ja nicht, ob das Jahr 2000 alles dunkel wird auf der Erde. Weil, wie gesagt, die Rechner, die dafür zuständig waren, das packen könnten oder nicht packen könnten. Das heißt, es war weder ein Vorsatz noch eine Vorgabe. Es war ehrlich gesagt nur ein Ziel, das zu schaffen. Das muss bis 23 53 und 99 Millisekunden muss das fertig sein. Weil ansonsten gibt es Chaos auf der Erde. Ja, das stimmt. So. Das heißt, es war also eigentlich ein Ziel, das zu schaffen. Aber ein Vorsatz oder eine Vorgabe ist es auch nicht. Es kann natürlich als Vorgabe vom Chef kommen und sagen, du machst das jetzt. Ob das passt oder klappt, hat keiner gewusst. Es wusste bis zu dem Zeitpunkt, wo das Jahr 2000 reinkam, keiner, ob das gequasst hat. Ich glaube, die Menschheit ist sowieso abergläubig. Ging der Atletenkalender nicht nur bis 2000 2016. Nee, er ging, glaube ich, früher sogar nur bis, wenn nicht, sogar 1999 oder sowas oder 98 und dann haben sie noch einen neuen Teil gefunden. Irgendwie war das so. Ich meine, irgendwas im Kopf zu haben, dass es der Atletenkalender nur bis zu einem gewissen Jahr ging und dann sie einen neuen Teil gefunden haben, wo sie gesagt haben, dann geht die Welt unter. Ja. Das war auch so. Das war auch ein sehr interessanter Vorsatz von Filmemachern, dieses Jahr dann diesen Film zu machen, wenn die Welt dann untergeht. Ich glaube, es gibt ja einige Filme, wo die Welt wirklich untergeht. The Day After Tomorrow, einer der bekanntesten, glaube ich. The Day After Tomorrow war, das war der Film, der 2016 ja rausgekommen ist, wegen dieser Geschichte. Der ist doch älter. Die haben den nur The Day After Tomorrow war der Aztekenkalenderfilm. Warte mal, wann kam The Day After Tomorrow raus? Ich meine nicht, das ist echt 2016. Nee, 2004 kam der raus. Ja, 2004 kam der raus. Ich meine nämlich, Anfang der 2000er ist der Kalender oder Ende der 90er, ich weiß es nicht mehr genau, das steinigt mich. Aber irgendwann da wurde der Kalender für beendet erklärt von den Azteken und es wurde aber noch ein neues Stück gefunden, ein neuer Teil, der den Kalender erweitert hat. Also es war ungefähr so, als wenn man sagt, okay, wir vergraben jetzt unseren Kalender hier bis Oktober und November und Dezember vergraben wir 20 Meter weiter. Ja, das ist auch so eine Sache, weil natürlich ist der Aztekenkalender irgendwann zu Ende. Die haben ja schon extrem in die Zukunft gedacht, die Azteken. Aber dass der irgendwann zu Ende ist, ist ja klar, weil es keine Azteken mehr gab. Die wurden ja recht früh ausgerottet. Ja. Mal mal so. Und die müssen dann rein theoretisch auch, wenn es ja schon laut der Geschichte war, dass es dann im alten Babylon schon Vorsätze gab, hätten die also auch Vorsätze haben müssen. Ach so. Weil alle, die wohl Zeitrechnung haben, haben Vorsätze fürs nächste Jahr gefasst. So heißt das wohl. Was sagst du? Ich gucke gerade wegen dem Aztekenkalender. Weil das interessiert mich, das würde ich jetzt wissen, wann der geendet hat. Ich meine 2006 oder 2016. Eins von beiden hat er geendet. Da steht irgendwo Schaltjahre, ja, Kalender, ja, warte mal, hier steht doch, was steht denn hier 1971? 71? Keine Ahnung, Einzelnachweise, das interessiert mich auch nicht. Also hat ein theoretisch der ganze Aufbau unserer Zeit, wie sie heute ist, ist ja schon logischerweise von vor Christi gewesen. Ja. Die Zeitrechnung, die wir heute haben, ist seit der Geburt Christi wohl entstanden, deswegen 2024 Jahre nach Christi Geburt. Wobei die erste ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte, so wie ich das gerade richtig verstanden habe, ja nach Christis Geburt erst so, Moment mal, wieso sagen wir nicht einfach Geburt, also wir rechnen dann nach Christis Geburt. Ja, und das hat und in den westlichen Staaten dieser Welt hat das mehrere Jahrhunderte gedauert, bis diese Zeitrechnung angenommen wurde. So, damit hat man eine allgemeine Zeitrechnung auf der gesamten Erde geschaffen. So, das heißt also, allerspätestens ab diesem Moment, wo diese allgemeine Zeitrechnung da war, für die gesamte Menschheit auf diesem Erdglobus, muss es ja eigentlich schon so gewesen sein, dass diese Leute dann in dem Fall sich Vorsätze gemacht haben, außer die noch unentdeckten Länder, wie es ja damals hieß, wie zum Beispiel das Christopher Kolumbus und sowas, was dann in dem Fall dahin gereist ist und das dann entdeckt hat. Indien, was gar kein Indien war, sondern Amerika und so. Trotz alledem ist es ja genau so, dass man sagen kann, dass diese Vorsätze dann ab dem Moment ja dann schon da sein hätten müssen. Man versteht, weil ich das meine. Diese Vorsätze müssen ja schon vorher dann da gewesen sein. Irgendjemand hat gesagt, ich kann mir das Das heißt, die ganze Zeitrechnung zurück, ja? Ja, ich mache mal kurz meine Kamera aus, Leute, weil nach eben guten Essen, warum? Oh, meine Kamera ist da noch an im Stream zu sehen. Kommt ein Bäuerchen. Nee, nach eben guten Essen, die Zigarette nicht vergessen, aber ich will in deinem Stream nicht rauchen. In meinem Stream ist es mir egal, da steht Raucher, also bei mir habe ich die Leute schon drauf vorbereitet, weißt du? Aber ich kann auch mal nicht. Ja. Dann sehen sie mich noch, also deine Leute sehen mich jetzt leider nicht. Seitdem sie kommen auf Mainstream, dann sehen sie mich. Nur auf meinem Channel, Akan ist nicht zu sehen, kommt rein. Jetzt hat er nicht mal Pause vor seinem Gesicht. Ja, genau, so richtig, so ist es. So. Aber diese Vorsätze waren ja dann eigentlich schon immer nur dafür da gewesen, sich ein Ziel zu stecken, glaube ich. Würde ich mal sagen, sich selbst ein Ziel zu stecken, richtig, das ist bei jedem Menschen anders, klar. die Frage ist nur, wie unrealistisch ist das Ziel irgendwann geworden? Wann ist es so unrealistisch Es ist genau dasselbe wie, wann, okay. Aber es ist genau dasselbe wie, zum Beispiel, weil ich auch jedes Mal jetzt sage und immer so in mir eigentlich vereine, das Weihnachtsfest. Was ist der Ursprung des Weihnachtsfests gewesen? Man hat was gefeiert an Weihnachten? Irgendwas mit Christi. Das ist die Geburt. Na. Was? Wann ist er geboren? Von der Kirche wurde Christi Geburt am 24. Dezember dahingesetzt. Das ist wohl gar nicht, er ist irgendwann im Frühling geboren worden, aber egal, er hat gesagt, 24. Dezember ist Christi Geburt gewesen. So, das feiert man da eigentlich ursprünglich. Das ist dann weitergegangen, hat dann gesagt, alles klar, zu Feste der Familie, richtig, genau. Und irgendwann hat irgendjemand angefangen, mal ein Geschenk mitzubringen, anstelle den großen Braten. So, und dieses Geschenk war dann irgendwas, was dann bei Ebenezer Scrooge zum Beispiel, kann man das ja sehen, da gibt es zwar keine Geschenke, aber einen schönen großen Braten auf dem Tisch. so, es war ja das Fest des Jahres immer. So, dann irgendwann gab es dann Geschenke und es ist immer mehr Kommerz geworden. Natürlich schenke ich auch meiner Liebsten, die jetzt gerade neben mir sitzt, ein Geschenk zu Weihnachten, weil ich sage, alles klar, warum nicht, dann hat man da eben einen Anlass, dann schenkt man eben was. Ich kann es verstehen, wenn Leute, die über das ganze, über die ganze Welt verstreuten in der Familie, sagt so, zu Weihnachten, da kriegen wir definitiv Urlaub, da sind wir alle beisann. Kann ich verstehen, kein Problem. Ja. Aber, wieso muss es gerade dann Friede, Freude, Eierkuchen sein? Wieso kann es denn nicht die restlichen 364 Tage im Jahr Friede, Freude, Eierkuchen sein? Wieso genau an diesem einen Tag, wo die ganze Familie zusammen ist? Wieso müssen sich Leute so verstellen? Ja, genau das ist mein Reden. Das wäre der nächste Punkt gewesen, den ich nicht gesagt hätte. Ich habe mal im Sommer einen Weihnachtstream gemacht. Die Leute sind reingekommen, haben gesagt, sag mal, bist du bekloppt? Da habe ich gesagt, wieso? Es ist doch das Fest der Liebe. Also, ich gebe euch heute Liebe. Wo ist das Problem? So ruhig waren sie dann. Das war es wahrscheinlich dann. Aber ich meine, warum? Warum feiert man ein jedes neues Jahr mit Silvesterraketen? Wann ist das rausgekommen, dass man da Silvesterraketen in die Luft schießen muss? Und warum war das die letzten Jahre, also vor Corona noch zum Beispiel, 2019 zum Beispiel, der Übergang von 2018 auf 2019? Ich habe gedacht, was ist das für eine Geldverballerei da draußen? Die haben hier sowas von geballert, dass die andere Straßenseite, die nicht mal 20 Meter von mir entfernt ist, konnte ich nicht mal die Häuser mehr sehen. So krass haben die hier geballert in Hubertal. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Guck dir mal an, was Leute rausgeben. Da hörst du vierstellige Beträge, wo du dir denkst, ja, davon lebe ich zwei, drei Monate. Ich lebe von 1400, 500 Euro muss ich zwei, drei Monate leben und jeden Cent einzeln umdrehen, damit ich leben kann. Und andere geben das an Silvester aus, wo ich mir denke, wofür, damit es ein bisschen, es ist geil anzusehen, keine Frage. Es ist spektakulär, ich gucke mir das gerne an, aber doch nicht in so einem Ausmaß. Weißt du, was ich mir gerne lieber angucken würde, so zum Neujahreswechsel? Würde ich mir lieber angucken, mal so ein professionelles Feuerwerk, was dann irgendwie in jeder großen Stadt dann einmal eben gezündet wird und dann ist gut, aber nicht diese Knallbirne da draußen, die dann mit diesen Silvesterraketen und das ist dann immer so eine Sache, wo ich mir denke, würde ich mir wünschen, dass diese Leute sich irgendwann mit einem D-Böller aus Polen wirklich die Hand wegfetzen. Weil das ist schlimm, wenn ich das überlege. Es ist nichts dagegen, sprich nichts dagegen zu knallen, zu böllern, aber man sollte Rücksicht auf die Leute nehmen. Wir haben ja hier auch ein bisschen geknallt, also meine Schwägerin hat für ihr Kind ein bisschen Knallzeug geholt und ein paar Raketen und sowas. Kann ich verstehen für Kinder, kann ich das verstehen, aber warum es gab? Eben nicht. Doch. Eben nicht für Kinder. Ich kann es verstehen, wenn man es für Kinder macht, weil es spektakulär aussieht. Ich habe mich als Kind immer gefreut, es zu sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich immer gefreut, es zu sehen. Aber wenn du überlegst, dass du als Kind, also ich sage es mal zehnjähriges Kind oder sowas, hingehst und da so einen Feuerwerksköpfer anzünden sollst und das Ding geht hoch und geht dann oben explodiert, ist alles gut, aber wenn das Ding umkippt und unten explodiert, hast du ein Problem. Ja, das ist, wenn das dann passiert, das Ding kippt um. Gut, du sprichst jetzt aber von, du redest jetzt vom Szenario, wo Eltern, Entschuldigung, so doof sind, ihr Kind alleine zu einer Rakete gehen zu lassen und sagen, hier, zünde an. Anstatt es selbst anzuzünden oder mit dem Kind zusammen anzuzünden. Dass das Kind, das Kind möchte, dass er auch dann aber selbst machen, das ist ja auch so eine Sache. Dann muss es ganz klar heißen, nein, es ist zu gefährlich. Wenn, dann nur mit meiner Hand wenden, nur, dass ich dir helfe. Ende. Da gibt es keine Diskussion in meinen Augen. Da muss man seine Erziehungspflicht, die man in dem Moment nun mal hat, wirklich sich vor Augen halten und sagen, so, bis hierhin und nicht weiter. Entweder wir zünden es gemeinsam an oder wir gehen wieder rein. Dann machen wir das nächstes Jahr. Sparen wir Geld nächstes Jahr. Klasse, danke. Davon hat das Kind nichts, weil das Kind wird sich dann dreimal überlegen, ob es bockig ist oder ob es mithilfe macht und ein schönes Feuerwerk hat. Vor allem in Dörfern oder in Kleinstädten ist es, ich bin ja in Kleinstädten mehr aufgewachsen, ist es was anderes als in Großstädten, wo jeder, wirklich jeder böllert und du gar nichts mehr siehst. Ich weiß, bei mir in einem Stadtteil, hier ging es tatsächlich in dem Stadtteil, wo ich jetzt wohne, aber in meinem vorigen Stadtteil alles voll, die Leute räumen nicht ihr Müll weg. Warum auch? Das ist bei uns genauso, ist auch genauso. Und das ist immer dann, das neue Jahr zu feiern und das alte abklingen zu lassen mit so einer auf deutsch gesagt Scheiße. Und dann hast du oben drauf noch, willst du ja damit auch feiern, dass du neue Vorsätze hast. Dann geht mit jedem Schuss, der nach oben in den Himmel geht, eine Gehirnzelle wieder weg. Habe ich das Gefühl bei den Leuten manchmal. Wie bräuchte das eigentlich, das kommt mir so vor. Wie bräuchte eigentlich das Rad? Weil Ersatzplan, wenn einer von uns fehlt, ist das Rad. Xafron fehlt. Wir haben aber kein Rad. Das stimmt. Es tut uns echt leid, aber Xafron hat gerade richtig technische Probleme. Von daher hoffen wir, dass bei ihm alles klappt und er nächste Woche dabei ist dann. Obwohl ich vielleicht auch nächste Woche nicht dabei sein könnte, weiß ich ja nicht. Ja, das wissen wir noch nicht. Weil am Sonntag ist es natürlich so, dass ich dann in der Planung wahrscheinlich ja auch nicht dabei sein kann, weil ich dann eventuell in meinem Krankenhaus gehe. Weiß ich ja nicht. Ja, das weiß man nicht. Werden wir mal sehen. Und wenn wir die Planung dann Montag machen, ist auch kein Ding. Gucken wir mal, dass wir die Planung Montag machen und sagen, okay, Planung Montag. Dann mit einem eventuellen Gast tatsächlich für Dienstag. Und wenn du Montag merkst, Montagabend, Leute, ich fühle mich heute nicht gut. Ich weiß nicht, wie es morgen ist, dann verschiebt man das definitiv. Weil wir konnten den Gast nicht einfach sagen, komm nicht, komm nicht, geht nicht. Ah gut, das ist interne, teamintern, das muss man teamintern dann klären. Da habt ihr nichts mit am Hut. Ja, aber wie gesagt, also das wäre zum Beispiel, das ist zum Beispiel, das ist ein Vorsatz von mir für dieses Jahr, dieses Kackteil in meinem Magenbereich, Rauchbereich, rauszubekommen. Weil das Ding momentan mir nur Ärger bereitet, Schmerzen bereitet, Probleme bereitet. Wenn es raus ist, habe ich dadurch eventuell auch wieder die Möglichkeit, mich anders, anders zu ernähren, weil, so wie ich mich jetzt ernährt habe, hat mir auch nicht geholfen, weil ich habe dadurch gemerkt, dass ich wohl eine, wie hieß das gleich? Histaminunverträglichkeit wohl habe. Hat es ja auch noch herauskristallisiert. Gesundheit, Histamin ist quasi in allen Dingen drin, wie Wurst, wie Salami, nicht in Obst, außer gegebenenfalls noch in zusätzlichen Gemüse und so etwas. Und es ist überall drin, aber ist ja nicht so schlimm, man muss einfach nur seine Ernährung umstellen, ist recht einfach. Ja, ich darf aber nichts mehr essen, was mir schmeckt. Scheiße. Hallo, du Veganer. Ne, also Veganer werde ich nicht. Ich darf ja dann in dem Fall, frisches Fleisch darf ich ja essen. Ha ha ha. Du darfst Matt essen. Woher? Woher? Woher soll ich das nehmen? Es rieselt ja nicht über mir. Und an Bäumen wächst es auch nicht. Matt kostet doch nicht viel. Nein. Ein Kilo kostet nur 10 Euro. Ja, eben. Ein Kilo kostet nur 10 Euro von Matt. Genau so ist es. Und du musst es jeden Tag frisch holen, weil am nächsten Tag solltest du es nicht nochmal essen. Jedenfalls nicht roh. Ja. Ja. Läuft. Läuft. Ist ja rückwärts und bergab, aber läuft. Auf Haltstand, ne? Das kenne ich ja. Was dürftest du denn noch essen? Was ist denn noch roh? Du könntest Sushi essen. Fisch. Richtig. Sehr gut. Sushi kann ich essen. Das Problem ist, ich habe eine neben mir, die kein Sushi essen kann. Das ist scheiße. Von daher doof. Sie kann kein Fisch essen? Halt. Sushi ist nicht gleich Reis mit Fisch, ne? Weiß ich. Also kann sie jetzt keinen Fisch essen oder kann sie keinen Reis essen? Keinen Fisch. Keinen Fisch, dann kann sie ja anderen Sushi essen. Du machst die welche mit Fisch. Was ist mit dem Seetang drumrum? Was ist mit dem Seetang drumrum? Musst du nicht machen, tatsächlich. Nennt sich Nagini oder so. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Nagiri meinst du? Genau, Nagiri, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du damit machen kannst und es so geil schmeckt. Ich weiß. Ist ein Ziel von mir tatsächlich. Das ist mein Ziel, ein Vorsatz dieses Jahr. Mein einziger, dass ich Sushi machen möchte. Sushi selbst machen? Ja. Das ist ein guter, guter Vorsatz. Da kann ich dir sogar helfen. Der Lebensgefährte von meiner Schwägerin ist auch gerne Sushi und da haben wir uns schon vorgenommen, sobald ich hier eingezogen bin. Machen wir das mal. Ja, ich wurde drei Monate hier, da ist jetzt immer noch nichts passiert. Ja, da hast du es schon. Da hast du es schon wieder. Dessen war das der Neujahresvorsatz für dieses Jahr und es ist gerade angefangen das Jahr. Genau. Von daher hast du noch genug Zeit. Also kein Problem. Wir können das auch gerne machen, wenn du möchtest. Einer meiner Vorsatz ist zum Beispiel auch dich mal live zu treffen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das heißt, da kann man dann auch vielleicht mal überlegen, in so ein Restaurant reinzugehen. Oder irgendwie was anderes zu machen. einige Restaurants gibt es ja. All you can eat und so ein Mist. Was guckst du jetzt so? Das kann ich jetzt nicht sagen, Saffron, das weiß ich jetzt leider nicht. Ob ich die Hardwarebeschleunigung in Discord und OBS für Browserquellen aushabe. Ist es immer noch am Lacken oder Stocken oder so? Oder was ist los? Ab und zu mal, aber es ist nicht so extrem wie vorhin. Aber was für eine Hardwarebeschleunigung soll ich denn da haben? Ist überhaupt die Hardwarebeschleunigung und den Einstieg wahrscheinlich. Da muss ich jetzt auch mal gucken. Die Partei. Einstellungen. Da sind Einstellungen. Da sehe ich jetzt nicht bei dem ersten. Hardwarebeschleunigung. Verwenden, falls verfügbar. Ist aus bei Browser. So. Wo siehst du das? Ich habe ja den Chrome. Bei Discord. Hast du die Hardwarebeschleunigung in Discord und OBS für Browserquellen aus? Das musst du ja im OBS finden. Und im Discord. Im Discord. Also den Browser habe ich aber auch aus. Das ist schon mal klar. Warum findet man das bei OBS? Das ist jetzt gerade die Frage. Ja, das ist die gute Frage. Hardwarebeschleunigung in Discord ist an. Hörst du mal aus. Neu starten Discord. So. Jetzt habe ich das hier ausgemacht. Wunderbar. In OBS. Es müsste eigentlich immer noch ein System zu finden sein. Wenn man das irgendwo hat. Ne, Einstellung. System sich nicht nur so. Allgemein. Stream. Erweitert. Erweitert. Wahrscheinlich irgendwie so. Prozessorgeschleunigung. Hardwarebeschleunigung. Aktivierung aktivieren. Oh. Im Browser? In der Weiz hat. In der Weiz hat. Genau. Ganz runter scrollen. Prozesspriorität. Ist hier nochmal. Runterscrollen. Ganz unten ist es. Über Hotkeys. Dann. Über Hotkeys. Habe ich da aktiviert. Soll ich die ausmachen? Ich habe sie aus. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Das muss jetzt unser lieber Technikfreak Alex sagen. Hast du die Hardwarebeschleunigung in Discord und OBS Browserquellen aus? Prozessorität sollte auch höher sein. Sollte aus. Gut. Wie gesagt, da müssen wir mal wirklich einfach mal bei neuen Änderungen speichern. Nein, brauche ich nicht speichern. Also, bei einem neuen Technikmeeting drüber gehen. Ah, das ist wieder interner Bereich. Jetzt müsste ich mein OBS neu starten. Verdammt. Dann mache ich es später. Xabon, kommst du noch oder klappt es gar nicht bei dir heute? Das ist eine gute Frage. Dann wäre der neue Neujahrsvorsatz für ihn in dem Fall. Den nächsten Stream mitzumachen. Nein, der neue Vorsatz wäre bessere Technik. Als auch ein PC. Und ist deine Schrottmühle da. Kann ich sie mal unter die Nase halten. Genauso wie es bei mir ist. Mit der angeblichen Schrottmühle. Mit besserem Internet. Naja, stimmt. Da hast du vollkommen recht, mein Bruder. Sorry, ich habe ganz vergessen, wir sind ja schuld. Versuche es mit Trick 17 und wenn das nicht funktioniert, nimm Trick 18. Genau. Ja, sorry, Xabon, ich habe es verwechselt. Unsere PCs sind natürlich schuld, dass es bei dir nicht funktioniert. Ja. Kenn ich. Also kann man immer. Das war ein Vorsatz für dieses Jahr, dass mir das nicht mehr anhören muss. Und was hat es geklappt? Er ist nicht da. Wunderbar. Also kommen wir mal zum faktisch wichtigen Vorsätze sind auf eine lustige Art und Weise eigentlich nice to have. Richtig. Ja, gut. Xabon, eine Frage. Vorsatz fürs nächste Jahr. Ich muss erst mal Xabon kurz was ganz Wichtiges fragen. Ja. Hat dein Spiegelbild sich im Monitor gezeigt, dann weißt du, warum dein Monitor nicht mehr funktioniert. Also wenn du dich in deinem Monitor gespiegelt hast, dann weißt du, warum dein Monitor nicht mehr funktioniert. Ja, nee, hatten wir nicht vorgehabt, das Format ein bisschen professioneller anzugehen. Warum bedissen wir uns denn jetzt gerade hier so für eine Person, die jetzt gerade zwar da ist, aber... Weil er uns immer... Hey, die sechs bei mir sind weg. Yay! Sehr gut. Sehr schön. Dankeschön, mein Guder. Ähm, ja, aber, ne... Die Stimme war aus der Hölle. Welches? Seine oder meine? Wenn's meine war, danke. Wenn's seine war, gib ich dir recht. Ah, gut. So, wieder professioneller. Lieber Cutter... Müssen wir auch mal lernen, ne? Cutter in der Zukunft, das kannst du ruhig rauscutten. Verdammte Moderations-Einstellung. Äh, okay. Also, von daher ist es dann halt einfach so, würde ich sagen, ja, wie gesagt, du hast das ja gerade eigentlich schon einmal erklärt, Vorsätze sind nice to have, aber Vorsätze bringen einen zumindestens, wenn man die zu ernst nimmt, nicht weiter. Weil man sich zu hoch steckt, vor allem. Ja, aber vor allem, es ist aber auch so eine Sache, warum muss man sich, wie es ja eben auch vorhin, äh, Shika geschrieben hatte, ähm, warum muss es ein Vorsatz sein, der erst ab dem 1.1. des nächsten Jahres gilt? Ja. Also, für nächstes Jahr nehme ich mir das und das vor. Warum auch gleich für das nächste Jahr? Richtig. Warum nicht innerhalb von einem Jahr? Ja. Okay, ich sehe deine vorherigen Nachrichten nicht. Ich sehe sie aber auch nicht. Normalerweise sehe ich alle vorherigen Nachrichten. Wundert mich. Normalerweise sehe ich das immer. Also, egal wie man es sieht, Vorsätze sind Schau und Rauch, wenn du mich fragst. Ja, es kommt halt auf den Vorsatz drauf an, ne? Wenn du dir einen, ähm, Vorsatz setzt, wo das Ziel zu 99, äh, Prozent erreichbar ist, wenn nicht gerade irgendwas Gravierendes dazwischen kommt. Ja, aber dann ist es die Frage, ob man das als Vorsatz haben möchte, ne? Ja. Wenn es der Vorsatz von mir jetzt wäre, zu sagen, alles klar, ich möchte hoffen, dass ich den ersten Tag jetzt, äh, noch atme. Habe ich geschafft. Wunderbar. Das ist doch eigentlich, ja, hm. Nein, ich meine eher so Vorsätze wie, ähm, ich, äh, mach eine Reise nach, möchte unbedingt dieses Jahr mal nach, äh, ähm, äh, zu den, äh, Malediven fahren. Das ist ein Vorsatz, der erreichbar, also wenn er für dich erreichbar ist finanziell, ne? Logischerweise. Aber sobald du einen Unfall hast, ähm, oder gefeuert wirst, dann ist es ja wieder was anderes. Aber sobald er von dem Standpunkt, wo du dir den machst, auch erreichbar ist, und ich so, äh, möchte gern einen Vorsatz, äh, wie, äh, ich möchte schlanke aussehen, ich möchte was für meinen Körper tun, was du schon seit Jahren versuchst, aber nie einhältst, ne? Äh, dann hätte ich, äh, Schwachsinn, aber so einen, äh, Vorsatz, den du dir setzen kannst und sagst, so, das ist realistisch, dieses Jahr einzuhalten, dann finde ich so einen Vorsatz für sinnvoll, weil es Motivation ist. Du hast ja den Vorsatz gemacht, dieses Jahr es zu schaffen. Also, häng dich rein. Das kann aber auch wieder dann, äh, rum, in dem Fall Motivation sein, ne? Äh, das kann sein, dass, äh, der alte, äh, Gott dann, äh, sagt, bei bestimmten, äh, äh, du send dich gar nicht erst. Das kann sein, Xafron. Muss ich mich wenigstens nicht drum kümmern und die Leute ermahnen. Äh, Xafron, wenn du schon mal so im, äh, Chat bist, äh, was ist denn deine Meinung, ähm, zu den, äh, Neujahrsvorsätzen? Äh, Xafron, wenn du schon mal so im, äh, Chat bist, äh, was ist denn deine Meinung, ähm, zu den, äh, Neujahrsvorsätzen? Da du uns ja jetzt persönlich nicht antworten kannst, sondern nur schreiben kannst. Richtig. Richtig. Wir können natürlich auch gerne ins Discord gehen, dann hören wir uns und alle doppelt. Müsste ich nochmal alles neu einstellen, äh, so Discord, ja, ja, ja. Stimmt, dann, äh, höre ich dir was. Wobei, wenn ich dich hier mute, dann, äh, nicht, glaube ich, oder? Wenn du dich hier mutest. Äh. Dann, äh, dann musst du gesagt, von hierher, und dann, ach, alles kompliziert. Zu kompliziert. Gerade. Ja. So, was kannst du mit 15.000 Punkten machen? Bei mir. Sag es nicht. Oh, nein. Nein. Jetzt muss ich den Hut holen auch noch. Hält ich dein Ernst? Du hast es angemacht. Tut mir leid. Der will das. Der Akani will das. Soll soll der den holen? Ja. Akani, komm her, hol mein Hut. Aus dem, aus dem, ne. Hatte. Aber, es kommt jetzt ein, ein stylischer neuer Hut von mir. Ich bin gerade über meine telekinetischen, ich bin gerade über meine telekinetischen Fähigkeiten fasziniert. Ich habe mir nicht gesagt, Larissa, geh den Hut holen in meinem Kopf. Und sie hat es gemacht. Wow. Ja, 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 so. So, denn, ich habe diesen stylischen neuen Hut mir gönnt, ne. Gönn dir, nach dem Motto. Auf gönn dir.de. So, auf gönn mir.de habe ich den geholt, genau. So, bin nämlich unter die Hut-Zauberer gegangen, wie man sieht, hier schön, ne. Ja. Der sieht stylisch aus. Kann man sehen. Dankeschön. Der steht mir aber auch. Es ist der erste kleine Top-Head, den ich habe, der mir auch steht. Super. Siehst du? So, weiter geht's. Ja, weiter geht's. So. Ein paar Minuten haben wir ja noch, ne. Erzähl sie mal. Ich habe dich schon nicht trinken sehen. Jetzt willst du mich veräppeln, so oft wie ich es getrunken habe. Sorry. Ein Vorsatz für dieses Jahr ist tatsächlich auch, dass ich mehr trinke. Das ist auch so. Dankeschön, dass du mich daran erinnerst. Und ein bisschen aufrechter sitzen solltest du auch mal. Das tue ich doch gerade schon mal, warte. So. Auch ein Vorsatz für diesen Stream. Ein Vorsatz für diesen Stream, mehr trinken, Hut aufzuhaben und vor allem dann auch noch aufrechter zu sitzen. Ich könnte dir auch nur ein Sprechverbot haben. Da kannst du nicht mal deine Klappe reindrücken. Alter, jetzt hör auf. Nein. Also Sprechverbot und sowas zählt natürlich dann nicht im Real Talk. Ja, Leute. Richtig, genau. Das wäre nämlich ein bisschen... Overpowered. Genau. Was heißt overpowered? Nervig. Ja, und außerdem ist meine Meinung zu dem Thema... Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, ja. Was hast du für eine Erfahrung gemacht? Hallo? Hallo? Da gehst du kulierst du wild rum. Und da gingst du so... Ja, danke für nichts. Nee. Also, ähm, Hut und sowas könnt ihr eben ruhig mal reindrücken bei so einem lockeren Thema. Bei ernsteren Themen natürlich nicht, ne? Ja. Damit wir uns da nicht falsch verstehen. Ich meine, ich weiß gar nicht, was kann man mit einem Banier eigentlich machen. Weiß ich gar nicht mehr. Ach so. Äh, VIP und sowas. Ja, gut. Ich bin da... Perkulet. Ja, genau. Wir machen jetzt ein Perkulet, obwohl ich nicht die BD spiele. Äh, rausgeschwendete... Äh, verschwendete Punkte. Viel Spaß damit. Ich hab ja 55.000, ne? Von daher... Ich war noch auf VIP. Das ist ein Vorsatz für dieses Jahr für mich. Den VIP bei dir zu erreichen. Äh, bist du noch kein VIP? Ja, aber... Bin ich, aber... Hast du ja noch die andere Sache VIP. 250.000 kostet der bei dir. Ja, die brauchst du ja nicht mehr, weil du sie ja schon hast. Oh, das ist aber sehr nett. Da möchte ich was anderes für so einen 250.000. Was ist mit dem Shiny? Was kann ich damit anfangen? Kannst du dich in... Äh, wenn ich auf Shiny Handgehe, äh... Pokémon aussuchen, was dann dein Name trägt. Wow. Toll. Ist eher für Pokémon gedacht. Aber mit Pyrkulette, da überlege ich mir noch was. Also mit DBD und sowas überlege ich mir halt nicht. Ich wollte grad sagen, ein Vorsatz für dich dieses Jahr, andere Ziele für deine Bude zu machen. Ja, mein, äh, Stream... Ich hoffe, dass die CPU, äh... Dass ich das hinkriege mit der CPU dieses Jahr. Äh, aufwerten, äh, Vorsatz. Wird's nicht sein, weil, äh, 400 Euro hab ich nicht. Ich mach so. Äh, mir würden 400 Euro, äh, bräuchte ich für ein Motherboard, für CPU und eine bessere Grafikkarte. Für alles drei, ne? Äh, kostet insgesamt 400 Euro und das hab ich einfach nicht. Beim besten Willen nicht. Ich könnte jetzt mein Samsung Galaxy, äh, S, äh, 10, glaube ich, ist es, äh, ja, verkaufen, würde nochmal 150 Euro kriegen, will mir aber immer noch 250 Euro. Ja. Und woher nehmen, wenn ich stehe, ne? Wenn ihr das einer für 200 Euro abkauft? Wenn ihr das einer für 200 Euro abkauft? Würde mir noch 200 Euro fehlen, logisch, ne? Wenn du mir einer für 400 Euro abkaufen möchtest... meldet euch unter dieser E-Mail-Adresse. Ein-Thema-Dre-Ansichten-at-Lot-Sevon.de Ah, super. Äh, ja. Du müsst den Hut am besten immer hier lassen. Das solltest du mal, wenn du wieder streamen möchtest, jetzt regelmäßig. Äh. Ja, ähm. Es ist so ungebot, unnötig nutzt, ja. Ein Vorsatz für dieses Jahr für mich, für meiner Seite aus, ist es tatsächlich, ähm, wieder zu streamen. Und wieder mehr zu streamen. Weil die letzten Monate waren einfach nur katastrophal bei mir. Ja. Ist auch ein Vorsatz bei mir. Das ist ein Vorsatz, den ich aber dann in dem Fall, äh, euch wegen mache. Handherz, kann ich mir grad nicht machen, weil ich mein, hier doch, Handherz, warte, hier so. Handherz, ne? So, mach ich euch wegen, ne? So. Ähm, aber auch wegen des Spaßes wegen. Und weil es mich natürlich auch von meiner Situation derzeit, die ich da habe, gut ablenkt, ne? Das ist aber auch ein realistischer Vorsatz, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Ja. Ja. Äh, natürlich. Hättest du jetzt gesagt, ähm, ich habe, äh, mein Vorsatz ist es, äh, dieses Jahr, äh, im Stream jedes Mal 50 Zuschauer zu kriegen. Hättest du gesagt, ja, äh, sollst du auch einen Wunsch? Noch so zwei Millionen Euro, ähm, noch ein Haus, ein Lotto gewinnen. Äh, wie wär's mit einer karibischen Insel? Hast du eine? Gib gerne, nehm ich. Weißt du mal, ich glaube, so, äh, äh, für unsere Verhältnisse sind 50 Zuschauer alleine schon, äh, 15, 20 Zuschauer sind für unsere Verhältnisse schon, ähm, ein, äh, Ziel, was momentan sehr unrealistisch ist. Äh, richtig. Irgendwie aber jetzt, äh, wenn ich jetzt sage, so, ich möchte jetzt, ähm, im Reel, also für, äh, mein Vorsatz für den Reeltalk ist es, äh, wirklich, eine konstante Zuschauerzahl, äh, pro Stream zu haben, also wenn man alle drei Streams zusammen, äh, rechnet, von so zehn Leuten, dann wäre ich absolut glücklich, wenn wir zehn Leute, äh, pro Stream, äh, hätten, pro Reeltalk, äh, die uns zugucken, dann wäre ich absolut glücklich. Mods, äh, ausgeschlossen natürlich, ne, Leute? Ja. Also, Mods, die arbeiten. Mods, die sich das freiwillig antun in ihrer Freizeit, gerne. Hm. Ja, aber das ist so ein Ziel. Das ist tatsächlich ein Ziel, äh, oder, nein, ein Vorsatz. Äh, wenn's klappt, geil, wenn's nicht klappt, auch nicht schlimm. Das ist so für mich ein Vorsatz. Das, das ist das Wichtige bei Vorsätzen. Das, Vorsätze, glaube ich, werden immer missverstanden. Ein Vorsatz bedeutet ja nicht, das ist ein unbedingtes Must-Have. Nee, das ist ein Vorhaben. Ich muss nicht sagen, ein Vorhaben, richtig, genau so ist es. Ich muss es nicht haben, dass, äh, ich dieses Jahr 50 Zuschauer erreiche. Nein, warum auch? So. Es wäre schön, wenn's nicht klappt. Und, äh, ist es eben so. Ja. Ne? So. Und da finde ich, äh, Vorsätze tatsächlich, wenn man es aus, ähm, diesem Blickwinkel betrachtet und, äh, die Bedeutung von, meiner Meinung nach, ne, also meiner Bedeutung nach von diesem, äh, Wort, äh, Neujahrsvorsatz, hat wahrscheinlich offiziell eine ganz andere Bedeutung, als ich da reininterpretiere. Aber was ich da reininterpretiere, und das, da nehme ich mir jetzt meine, äh, äh, Freiheit, äh, zur freien Interpretation, äh, ist es einfach so, du nimmst dir was vor, wenn es klappt, geil, und wenn's nicht klappt, ist okay, ne, dann probierst du es nächstes Jahr nochmal. Das ist meine Interpretation von einem, äh, Vorsatz, beziehungsweise von einem Neujahrsvorsatz. Von einem Vorsatz, kommt drauf an, weil, äh, du kannst ja auch Vorsätze, ähm, stecken, äh, ich habe vor, innerhalb von den nächsten, äh, zehn Jahren mindestens einmal auf die Gamescom zu gehen. Ist ein Vorsatz, hast du zehn Jahre Zeit. Äh, oder, äh, nach, äh, bei, äh, nach, äh, New York zu fliegen. Innerhalb von den zehn Jahren. Ja, gut, ein alljährlicher Vorsatz. Bei mir ist es auch wie üblich immer, oder Ziel, oder auch nicht Ziel. Es ist eigentlich für mich, dass ich jedes Mal sage, das ist ein ziemlich dieses Wort Vorsatz halt so fehl am Platz. Ähm, wieder auf die Gamescom zu gehen, und wieder Spaß zu haben, und vielleicht sogar dieses Jahr wieder mit Xafron, mit der lieben, äh, mit der lieben Clarissa, und vielleicht auch mit dir dieses Jahr. Ne? Also, ich wäre definitiv dabei, ja. Leute, wir brauchen noch T-Shirts, wenn ihr Design-Vorschläge habt. Ab in die Discords. Das Ein-Thema-Drei-Ansichten-T-Shirt dann in dem Fall. Ja. Naja, es hat ja immer noch Real-Talk Ein-Thema-Drei-Ansichten. Als das Real-Talk Ein-Thema-Drei-Ansichten möchte ich schon haben. Ähm, so. T-Shirt. Ja, aufs T-Shirt. Ein-Thema-Drei-Ansichten heißt es dann, ähm, sobald wir das neue Overlay haben, weil es einfach geiler aussieht, haben wir uns ja so drauf geeinigt. Äh, äh, es heißt ja, trotz allem Real-Talk Ein-Thema-Drei-Ansichten. Alle verkehrt, aber egal. Also ein, ein Vorsatz, der recht spät erst gekommen ist, im letzten Jahr bei mir, das war so im November ungefähr, hat sich jetzt schon erfüllt, dass dieses Format sich irgendwie mal ein bisschen nach vorne verschiebt. Also nicht vom Tag her nach vorne, sondern auch von der Zeit her nach vorne verschiebt. Ja. Richtig. Weil ich finde, so die Primetime, 20 Uhr, 20 Uhr ist so die Primetime, wo alle schon Abend gegessen haben, sich aufs Sofa setzen möchten, oder dabei sind, und dann eigentlich einen Film gucken, und wenn kein, wenn kein Film geguckt wird, dann kann man ja bei Twitch reingucken, und dann sieht man so, oh, die drei Idioten von der Ecke sind wieder da, machen wieder was. Momentan sind nur zwei da, aber egal, ich gucke trotzdem rein. Ja. Na ja, ich bin mal gespannt, ob wir dieses Jahr wieder so viele neue Leute dazu kriegen, die sagen, jo, ich bleib dabei. Wir hatten ja den Crash, der war eigentlich bei jedem, fast jedem Realtalk dabei, es hat wirklich ein Thema ihm gar nicht interessiert. und dann war es ihm auf gut Deutsch gesagt, scheißegal. Aber er war wirklich bei sehr vielen Themen dabei. In anderen Streams bei mir ja so gar nicht, aber beim Realtalk war er konstant eigentlich da. Dann hast du aber auch sowas wie eine Kette, die auch öfters da ist. Jedenfalls ist das mein Eindruck gewesen. Ähm, seit wir das zusammen machen, habe ich öfters gelesen. Äh, äh, einen Line hast du öfters gesehen. Äh, Thomas und Nancy, äh, sowieso oft, äh, da gewesen bei mir als Mod. Und bei, äh, die ihr Topmai auch oft genug gesehen. Also man hat schon so einige Leute, äh, die man öfters, äh, gesehen hat. Auch Mel war öfters im Stream dabei. Äh, ob es jetzt bei Xafron war oder bei mir oder bei dir, aber es sind so halt Leute, äh, die siehst du dann immer wieder und dann aber auch nur im Realtalk und das finde ich so, äh, finde ich, äh, klasse. Und das ist halt, äh, Vorsatz, mhm, äh, für den Realtalk, dass wir unsere Stammzuschauer äh, für dieses Format, äh, gewinnen. Äh, ich hab's schon, äh, bei unserem Jahresrückblick gesagt. Mir ist es auf... Können wir, können wir das irgendwie umbenennen? Ich finde dieses Wort Vorsatz ist so overused, ne? Es ist overhyped. Das ist, es stimmt ja schon, wie im Titel steht. Es ist overhyped. Okay, ich hab mir vorgenommen, äh, dieses... Ist es sinnvoll oder ist es overhyped? Ja, ich hab mir, äh... Auch nicht vorgenommen. Wir müssen irgendwas anderes dafür finden. Es ist aber nun mal so. Ich hab's mir vorgenommen. Auch wenn du es dir vornimmst. Ja. Oder ich wünsche es mir. Ja, aber... Ich wünsche mir. Das, 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 das passt. Ich wünsche mir. Das passt weitaus besser. Weil ich, äh, gut... Es ist ja nichts anders, als wenn wir sagen, wir wünschen es uns, dass es so ist. Doch, ist es. Weil, ähm, wünschen heißt, äh, dass es nicht in deiner Macht steht. Und dieses, äh, wünschen, steht tatsächlich nicht in meiner Macht. Ähm, aber, äh, wenn ich sage, Ich wünsche mir dieses Jahr mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, warum wünschst du dir das? Mach's doch einfach. Nimm's dir doch vor. Und wünsch's dir nicht. Nee, dann sagt, dann sagt dir jeder, jeder Vernünftige, würde dir quasi, wenn du im Dezember sagst, Anfang Dezember, ich wünsche mir nächstes Jahr mehr ins Fitnessstudio gehen zu können. Oder gehen zu, zu gehen. So. Dann sagt dir jeder so, hast du das nicht alle? Melde dich an, geh los, fang an damit. Ja. Wenn du sagst, mein Vorsatz fürs nächste Jahr ist, dass ich mehr ins Fitnessstudio gehe und da richtig schön dann reinpower, dann sagt dir jeder so, warum machst du das nicht jetzt schon? Ja. Es ist dasselbe. Es kommt aufs selbe raus. Es kommt aufs selbe. Für mich ist Wunsch und Vorhaben noch ein Unterschied. Ja. Ich meine, ich wünsche mir auch eine Million Euro. Das ist ein Wunsch. Ganz ehrlich, da würde ich auch sagen, was wünschen wir eine Million Euro. Da kommst du eh nicht weit mit. Nein, ich wünsche mir ein angenehmes, oder ich wünsche mir Geld, dass ich mir auch mal ein bisschen was leisten kann. Ohne 15 Mal drüber nachzudenken, wenn du dir das jetzt holst, was ist dann und dann? Hm. Aha, das kann ich mir nicht als Vorsatz nehmen, weil ich es nicht schaffen würde. also es wäre nicht realistisch einsetzbar. Verstehst du? Und das ist für mich so ein Vorsatz zu haben. Also nein, ich wünsche mir für den Real Talk, dass wir wirklich unsere Stammzuschauer kriegen, die sagen, es ist Dienstag, 20 Uhr, wo bleiben die Idioten? Und ich wünsche mir, ich wünsche mir, ich wünsche mir von dir, dass wir mal was zusammen zocken können, was es nicht GTA Warp ist. Also zum Beispiel, jetzt kommt, warte, 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 ich versuche deinen Kopf zu gucken. Oh, oh, warte, was sehe ich? Ich sehe was Russisches. Es, oh, warte, ich versuche gerade den Namen zu lesen. Es ist schwierig, Tscherno müsste das heißen. Au. Nein. Heißt nicht Tscherno, die Map. Au, ist eine andere Map. Ja. Verdammt. Nein, aber warte. Wir haben einen Russisch leider eingehackt, sorry. Ah. Ja, ich kann es leider nicht identifizieren, ist zu unscharf. Äh, oh, was sehe ich da? Oh, 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 was ist das denn? Lass den armen Zombie in Ruhe setzen. Was machst du mit dem Zombie? Oh, zieh dir den Hut an. Oh, oh Gott. Ja, habe ich auch einen Wunsch. Moment, das mit dem Zombie? Der Wunsch wird gerade schon langsam, der Lung, nein, der Wunsch wird langsam schon verwirklicht, dass ich da einen eigenen Server habe. Also, das ist geil. Was machst du mit dem Zombie da? Die Idiose. Ja, da habe ich auch einen Wunsch. Ja, gut. Ja, die ist klar, ne? Nein, 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 nein. Nicht so, nicht so. Er seht ihr, ich kann auch in die Zukunft schauen, beziehungsweise wahrsagen. Also, da ist mein Wunsch. Weil er das schon von mir kennt. Da ist dein Wunsch, dass du definitiv... Das hast du mir noch nie erzählt. Du hast mich noch nie damit konfrontiert. noch nie gefragt habe, ob wir DayZ miteinander spielen. Auf meinem eigenen Server, wo übrigens die Map Pripyat drauf ist. Aber egal. Aber das habe ich dir noch nie erzählt. Nein. Das ist nur die letzten fünf Sitzungen, die wir da gehabt haben, kam es immer wieder raus, DayZ, 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 DayZ. Aber egal. Komm. Ach, nur so zur Info, wir haben die Filme aufgenommen und morgen werden wir einen gucken. Nur damit du Bescheid weißt, Alex. Was? Ja. Alex geht mir schon seit fast einem Jahr. Damit du ungefähr weißt, welcher Zeitraum es braucht, bis du mich überredest, DayZ zu spielen. Kannst ja mal gucken, wann es rauskam. Was war denn das? Ich glaube, das war ein Rad. Da hieß es Disney oder Ghibli oder sowas. Naja. Es hat auf jeden Fall mindestens ein Dreivierteljahr gedauert. Und morgen gucken wir den ersten Film. Ganz ehrlich, überleg allein mal, ich weiß nicht, welcher Film von den Industrieens, aber egal. Von den Ghibli-Filmen. Aber überleg allein mal. Monoprozesse, Monologe, oder wie die alle heißen. Weil Chirus reisen ins Zauber-Schloss-Land. Zauberland. Zauberland. Aber sagen wir es doch mal so. Wie lange brauchte ich denn als Überredung denn dafür, dich auf den anderen RP-Server zu ziehen? Da hast du mich auch, hast du auch lange gebraucht. Da hast du auch verdammt lange gebraucht, weil ich auch auf anderen war. Den hab ich mir einmal angeguckt. Ja, den hab ich mir einmal angeguckt, dann war ich nicht wieder da. Ja, genau. War auch logisch, kann ich mir verstehen. Der zweite, warst du dann da, bis er dann im Endeffekt irgendwann war. Ne? Ja. Ne? So. Alles klar. Leider muss man dazu sagen. Aber gut, da gab es... Ich wurde ja auch leider davon gegangen. Leider wurde ich ja da gegangen. Aber der hatte nicht der Erste, ne? Und dann wurde noch einer rausgeschmissen. Naja, eben. Weil er seine Meinung gesagt hat, da habe ich gesagt, ne, Leute, ist für mich, wenn er geht, gehe ich auch. Sorry, aber wenn man seine Meinung nicht mehr sagen darf, gut, er hat es ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Aber trotzdem. Ja. Habe ich dann auch in dem Fall, aber egal. So ist das eben, ne? Naja. Ja. Wir sind jetzt wogemerkt auf die letzten zehn Minuten. Jetzt mehr zu streamen wieder. Habe ich gut eingehalten bis jetzt. Ich würde, ich würde, ich würde tatsächlich sagen, das Wort Vorsatz sollte man eher durch Wunsch ersetzen, was sowas angeht, wie wenn ich es zum Beispiel sage, Vorhaben. Vorhaben. und oder Wunsch kann man das machen. Weil ich, wie gesagt, zwischen Wunsch und Vorhaben sehe ich noch einen gravierenden Unterschied. Ich wünsche mir, dass das klappt, aber ich habe vor, als du willst es erreichen, ist so das Vorhaben, ne? Aber wenn du sagst, ich wünsche mir... Wie willst du etwas, wie willst du denn etwas, was quasi in einer höheren Sphäre schwebt, was du gar nicht greifen kannst, das vorzuhaben, das zu erreichen? Dann ist es ein Wunsch. Ja, eben. Genau so. Deswegen sage ich ja, da ist zwischen Vorhaben und Wunsch ist ein Unterschied. Habe ich ja so gesagt. Ja. Richtig. Und da muss man halt auch differenzieren, ob man jetzt sagt, okay, ich nehme mir einen Neujahrswunsch oder ein Neujahrsvorhaben. Was ich in diesem, innerhalb dieses Zeitraumes, was ich mir setze, also bei einem Neujahrsvorhaben, Schrägstrich Wunsch, ist es genau ein Jahr. In der Zeit möchte ich dieses Ziel, was ich mir gesetzt habe, beziehungsweise gewünscht, gewünscht habe, erreichen, was ich mir gesetzt habe, also das Vorhaben, das ist rein, ist Pflicht, seitdem es kommt eine höhere Macht wie ein Unfall oder Arbeitslosigkeit oder Todesfall oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Naturkatastrophen und so weiter. Ich kann das ewig so weiterführen. Dann ist es natürlich logisch, dass dieses Vorhaben, wenn es an diesen Vorfall gekoppelt ist, nicht erreichbar ist. Ist logisch. ist es ein Wunsch? Ist es für mich so, wenn es klappt, geil, freue ich mich tierisch, aber wenn es nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Dann versuche ich es halt nächstes Jahr nochmal. Richtig. So ist es. Rund wieder hier an. Na gut, oder? Ähm, ja. Es ist, wie es ist. 10 Minuten. Sind die, ja. Und, ähm, ich glaube, mit, ähm, Alex hätten wir diese zwei Stunden viel, äh, besser führen können, weil es halt drei Meinungen waren. Der Chat, oder die Chats waren heute sehr ruhig, macht aber nix. Ja, stimmt wohl. Ja. Das, darum, ähm, dieses, äh, zu dritt, weil damit kannst du zwei Stunden locker füllen. Egal über welches Thema. Ich könnte mich mit dir über Senf und Ketchup unterhalten. Würden wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, vielleicht auch eine Stunde vollkriegen. Äh, mit Alex, würden wir da, äh, wieder zwei Stunden vollkriegen. Weil es, er wieder was reinwirft, wo wir dran denken, oh ja, hast recht. Das mit Senf ist geiler. Wurst, Wurst mit Senf oder Ketchup? Nein, mit Mayonnaise. Ja, ja. Wir können sagen, ähm, overhyped definitiv. Ja, würde ich auch so sagen. Definitiv overhyped, wobei ich glaube, äh, die Vorsätze, ähm, overhyped, nein, noch nicht mal, weil, äh, jetzt werfe ich mich noch einen Punkt ein, die letzten, äh, Ich kenne nicht mehr so viele, die sich einen Jahresvorsatz machen. Für mich heißt overhyped, äh, es ist in aller Munde, jeder muss es machen. Es macht aber nicht mehr jeder. Es machen nur noch weniger. Immer weniger machen es. Was aber auch gut so ist, glaube ich. So ist mein Eindruck. Also, overhyped, nein. Weil es macht ja nicht jeder. Sinnvoll kommt auf den, Sinnvoll ist aber auch nicht. Es kommt auf den, äh, es kommt auf das Vorhaben, äh, schräg, schräg auf den Wunsch an. Dann ist es sinnvoll. Aber overhyped äh, definitiv nicht, weil es nicht mehr so viele machen. Es ist nicht mehr im Hype, äh, wie es vor, äh, 20, 30 Jahren war, wo es, äh, wirklich jeder gemacht hat. Und was ist dein Jahresvorsatz? Und was ist dein Jahresvorsatz? Und was ist dein Jahresvorsatz? Boah. Also, ich kann es auch nicht mehr hören, ne? Also, ich weiß, es muss noch oft gemacht oder genutzt werden, weil, ich es nicht mehr hören kann, dieses, äh, Thema Jahresvorsatz. Weil du es in deiner, weil es war zumindest so, richtig, genau. oder junges Erwachsenensein, äh, es zu oft gehört hast. Also, äh, vor wirklich 10, äh, 30 Jahren, äh, war es, da war es overhyped. Definitiv. Aber heute, äh, würde ich sagen, overhyped, nein. Weil, es ist nicht mehr in allen Munden. Geh mal in Streams. Dich fragt kein Arsch und was ist dein Jahresvorsatz? Fragt dich keiner. Da kannst du ein, ein x-beliebiges... Das ist dein Jahresvorsatz. Hahaha, ja, jetzt fragst du es natürlich. Ja, äh, ich war in unzähligen Streams, auch durch Spalja, ne, weil ich auch immer neue Leute geradet habe. Mich hat keiner, äh, ähm, nach meinem Jahresvorsatz gefragt oder seinen Jahresvorsatz erzählt. Aber vor allem am Anfang des Jahres, ne. Weil, das hat keiner mehr. Da sagt man frohes Neues, ihr hattet ja auch frohes Neues und gut ist. Das war's. Und bist du gut ins neue Jahr gekommen. Ja, so wie jedes, äh, ja, wie jeden Tag. Also Jahresrechnung ist es sowieso. Du kommst, du kommst doch jeden Tag wieder neu rein. Moin Don. Äh, Philipp. er kommt gerade am Ende, er kommt da rein. Also es ist genau so, du kommst ja jedes Jahr in einen, oder jeden Tag in einen neuen Tag rein. Und das kannst du eigentlich genauso feiern wie jedes Jahr. Ja. Weil jeder Tag, den du mehr hast auf dieser Erde, ist doch zum Feiern da, eigentlich. Und nicht nur dieses neue Jahr. Dann brauchst du auch keine neuen Vorsätze, ne. Es sei jetzt wirklich, es wäre so, du wärst schwer krank, als Beispiel. Der Real Talk ist leider gleich vorbei, Gott, Philipp. Oder so was, ne. Der Real Talk ist gleich vorbei, aber ich glaube, ich bleib noch ein bisschen länger und dann wir spielen gleich noch ein bisschen Palia. Das ist so. Oder, äh, DbD. Vielleicht spielen wir auch ein bisschen DbD, wenn's Streaming macht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht DbD, geplant DbD in paar Runden. Wenn das nicht klappt, switchen wir um auf Palia, auf die Switch. Switchen wir um auf die Switch. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab kein Problem mit Palia, ne. Sei mal so gesagt. Aber, ähm, und auch nicht mit DbD. Aber, dass du länger da bist, das war gerade für mich so eine Sache, dass ich das habe. Ich muss morgen nicht arbeiten. Ich muss mal nach einem Real Talk am nächsten Tag nicht arbeiten. Jedenfalls bis Februar. Und da ist er kurz wieder weg. Jetzt ist er komplett weg. Ähm, ja, äh, Hallöchen an alle. Äh, ich hoffe, euch geht's gut. Ich glaube, sein Stream ist abgekackt. Jetzt bin ich alleine. Wartet mal. Wartet mal. Mal gucken, ob jemand drangeht. Und du? Hi. Was ist denn da gerade passiert? Ich hab keine Ahnung. Ist dein Internet weg oder meins? Deins, ne? Meins, glaube ich, ja. Ja. Ihr lauft sich gerade alle alleine. Ich hab hier jetzt mein Sight-Up umgebaut und mein Zweitmonitor als Hauptmonitor jetzt. Hab meinen alten Zweitmonitor, der ne Macke hat, als Drittmonitor aufgebaut. war, ja. Okay. Ich dachte, der ist so klein, alles. Du arme Sau, ey. Nee, wir sind gerade im Endspurt und Jan denkt sich so, nö. 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 Man hört sich wahrscheinlich jetzt gerade noch im Strieg. Ja. Würde ich mal sagen, ne? Übers Handy. Ja. Ja, also, ich wünsche allen eine gute Aufforderung und ein bisschen nach. Wie schön, dass wir das jetzt bis 22 Uhr produzieren mussten, wenn man Internet wirklich gesagt hat, gegen 22 Uhr. Ich hab keinen Bock mehr. Aber man kennt es ja, Internet und Neuland in Deutschland. Man kennt ja genau das. Ne? Oh, Mann. Also, heute der Real Talk ist wirklich so, äh, mittelmäßig. Ja. Keine Verbindung. Begib dich an einen anderen Ort. Okay. Aber hey, ich kann, ich kann, glaube ich, gleich wieder live gehen. Hab ich aber auch gerade keine Verbindung gegen einen anderen Ort. Hä? Hat gerade das Internet allgemein, ist dein Stream auch weg, Akkant? Ne, mein Stream ist noch da. Ich kann noch. Hallo. Ja, okay. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es. Ich kann ja hier nicht. Ich bin da. Deswegen hab ich ihn ausgetauscht. Hab jetzt hier den hier als der da. Das ist mein normaler Main-Monitor. Oh. Der gehört jetzt da rum. Äh, der, der wird halt kraftdunker, das ist gar nichts mehr. Ähm, zwei, fünf, drei, ne, aber, ja, hab ich hier durch. Weil, ich hab den links gehört. Fernseher, Fernseher, Monitor. Ich hätte ja gerade einen Rest gemacht, war leider am besten. Ah, kein Ding. Aber ich bin noch da. Das ist gut. Ja, wir sind da. Das ist gut. Ich wollte klagen die Treffen. mal gucken, dass ich mir meinen Gaming-Monitor hole. Das ist mein Main-Monitor. Das ist ja schreißig. Wenn ich mal gucke, ich hab jetzt, ich hab hier, ähm, und, hey, ich bin wieder da. Hab ich gerade gehört. Warten Sie. Ein kleiner, hallo. Liebe Freunde, da, ich bin im Call. Was ein Scheiß, ey. Mein Stream ist aber jetzt schon aus. Leg du mal bitte am Handy auf, dann sollte ich es nicht doppelt hören. Wir würden es alle dreimal, ist kein Problem. Es gab absolut kein Ding. Machen wir mal genau so. Wunderschön. Ach, Mann, ey. Ich brauche echt besseres Internet. Und da hat er ja vor Ort mit aufzukommen, ne? Für ein besseres Internet bei mir. Mach das mal. Ja, gut. Du hast es schon gesagt, dass du ein besseres Internet willst. Das steht so im Protokoll. Ja, genau. Im Protokoll steht drin, Moment. Bei Sefon nochmal über Encoder schauen. Und Sefon Internetanbieter wechseln. Zusage von Sefon ist da. Könnt ihr gerne machen. Wechselt den Internetanbieter bei mir und bestellt mir einen. Gerne. Aber müsst ihr auch zahlen, ne? Was sagst du jetzt so? Als wenn ich das Geld dafür hätte. Ich bezahle jetzt schon genug. Nee, nee, nee. Wieder gar nicht. Neujahrsvorsatz. Neues Internet. Ja. Ja. Das Thema ist damit abgeschlossen, ihr Lieben. Wir haben unsere Neujahrsvorsätze damit dann einmal klargemacht. Die eigentlich nur Wünschen sind und keine Vorsätze, aber egal. Ja. Ja. Zum Schluss sind wir doch mal vollzählig. Nicht dein Ernst. Es geschehen doch noch Wunder. Ja, es geschehen doch noch Wunder. Da sagst du was. Ah, jetzt. Hi. Ich hab Ton. Juhu. Yay. Wahnsinn. Wir sind zum Schluss zu dritt. Ja. Ja, das war die Realtalk der ersten dieses Jahres. Wir waren wieder absolut dafür, dass wir es professioneller machen wollten, absolut in die Binsen gegangen, aber egal. Ja, gut. Wenn die Hardware streikt, wo man alles umbauen muss, dauert es halt seine Zeit. Das ist halt leider so. Da machst du leider so. Da hast du jetzt zweieinhalb Stunden bei. Stimmt nicht ganz. Ich hab zwischendurch was gegessen. Ja, aber gute zwei Stunden warst du insgesamt dabei, ja. Ähm, naja. Aber jetzt nochmal zum Abschluss. Ich hab versucht, mit Trick 17, ich hab versucht, deinen Monitor aufzuwärmen. Also, ähm, ja. Ich weiß ja nicht, was du jetzt mitgekriegt hast, aber kurz deine Meinung zu den Neujahrsvorsätzen Sinnvoll oder Oberhalb? Damit wir das auch nochmal haben. Ach, kompletter Schwachsinn. Also, da hält sich eh keine Sau dran. Also, so die ersten zwei Wochen so, ja, hey, und dann machen wir hier und da, und hast du nicht gesehen. Und dann, pfff. Dann bricht das alles wieder so zusammen, das ist völlig nutzlos. Wenn du was machen willst, dann mach es einfach. Mach dir da keine Vorsätze für irgendwas, sondern fang einfach an, guck, wie weit du kommst. Wenn du deine Ziele nicht ganz erreichst, hey, dann steck die Ziele ein bisschen weiter runter und mach weiter. Setz die realistische Ziele. Erstmal realistische Ziele und selbst wenn du die nicht ganz erreichst, scheiß drauf. Pass die Ziele an. Pass die Ziele auch an deinen Leistungen an. Das ist Blödsinn. Wenn du dir Ziele setzt, die du zwar nicht schaffst, dann kriegst du halt so eine kleine Demotivation. Aber du musst gucken, was hast du trotzdem geschafft. So, und dann passt du die Ziele an. Machst du vielleicht nochmal einen Monat länger, bis du das Ziel erreichst hast. Weißt du, was das Erschrecken daran ist? Weißt du, was das Erschrecken jetzt gerade daran ist, an dieser Sache, dass wir das gerade so erklären? Das ist doch ein sehr kleines Thema. Das hätte sich rein theoretisch in diesen 60 Sekunden, hätte man es schon geklärt gehabt. Wir reden da zwei Stunden drüber. Genau so, ja. Ja, aber wenn du es genau nimmst, kannst du jedes Thema genau so beenden. Jedes Thema. Gib mir an, du sagst deine Meinung, Punkt. Gut, aber dafür ist ja dieses Format da, weil es jetzt nicht nicht gedacht hätte. Wenn jetzt jemand gesagt hätte, ich finde Jahresvorsätze sinnvoll, weil aus dem und dem und dem und dem und dem Grund, dann kannst du ja mit ihm darüber diskutieren und dafür ist dieses Format da, damit wir miteinander diskutieren können und unsere Ansichten sehen können. Und das ist das Interessante, weil jeder zu diesem Punkt, warum ist für dich genau das und das so. Das ist nämlich das Interessante. Du hast gerade den Sarkasmus dahinter nicht verstanden, oder? Der Sarkasmus dahinter, den ich gerade damit meine, ist einfach nur das, dass Zaffron einfach das auf den Punkt gebracht hat, was ja eigentlich auch die Sache dahinter ist. Ja. Macht es einfach so, wie ihr es für richtig haltet und nicht mit Vorsätzen. Macht es jetzt und wartet nicht das Jahresende ab, damit es dann im nächsten Jahr so starten kann. Das haben wir ja auch. Wie oft habe ich gehört, ja, mein Vorsatz fürs neue Jahr ist aufhören zu rauchen. Das ist riesiger Bullshit. Mach es jetzt oder gar nicht. Mach es jetzt oder gar nicht, richtig. Das ist halt wirklich so. Ein paar Leute kenne ich, die haben wirklich gesagt so, dieses Jahr rauche ich noch und ab dem 1.1. pünktlich höre ich auf. Und die haben es durchgezogen. Die haben gesagt, so, ab jetzt höre ich auf. Aber davor war das... Das ist auch, äh, Muttern hat das immer, ähm, Muttern hat immer aufgehört zu rauchen, als ich schwanger war, so, der Nachricht kriegt, äh, so, zack, schwanger, direkt Kippen weggeworfen, vorbei. Okay. Aber quasi aus dem Kreißsaal raus, direkt wieder angefangen. Ja, genau. Die haben also quasi, haben die es genau geschafft, diesen ersten ersten, ab dem ersten ersten nicht mehr zu rauchen, ab dem 2.1. war wieder neuer Tag, von daher geht's wieder weiter, ne? Ne, die rauchen bis heute nicht mehr. Das ist schon 10, 20 Jahre her. Das ist gut, es gibt, äh, ich hab das, äh, ich hab das auch schon, äh, gehabt hier, der... Die meisten rauchen natürlich wieder, ne? Mein Cousin hatte das, hatte das auch schon, äh, der hat gesagt, ähm, wirklich an Silvester hat er gesagt, so, ich rauch jetzt noch die, die Reste auf und mit dem neuen Jahr gibt's gar nichts mehr, fände ich. Das hat auch gut geklappt. Es gibt, äh, viele Raucher, die sagen ab dem ersten ersten, hörst du auf, äh, und stecken sich am zweiten, äh, um, äh, 0 Uhr, zwei, äh, um 2 Uhr dann, äh, äh, an Silvester gleich die erste Kippe an, ne? Da hast du aufgehört. Äh, solche gibt's natürlich, äh, wie gesagt, am Meer. Keine Frage. Äh, die Leute, es gibt wirklich Leute, die haben sich diesen, dieses Ziel gesetzt und haben es auch erreicht, also. Ja, es ist, ähm, natürlich ist es, wie gesagt, natürlich ist es schön, wenn es klappt, aber in 99% der Fälle ist es halt einfach wieder Blödsinn. Äh, ähm, wie, also ich bin zu dem Punkt gekommen, äh, weil ich der Meinung bin, äh, overhyped ist es nicht, und ich erkläre dir jetzt auch gleich, äh, warum, weil, ähm, es nicht mehr so in aller Munde ist, wie es vor 10, 20 Jahren war. Vor 10, 20 Jahren hat nicht jeder gefragt, was ist dein Vorsatz, also mein Vorsatz ist das. Das hast du heute nicht mehr. Es ist nicht mehr so im Hype, wie es, äh, früher war. Deswegen, es ist nicht overhyped, aber es ist schwachsinnig. Ja, wir haben's ja nur, das ist ja ein Clickbait-Titel, ne, das sollte ja alles klar sein. Wir sind ja Transparenz, wir machen Clickbait-Titel. Wir machen Clickbait, was? Wir machen doch kein Clickbait, bist du denn bei Nahen, das ist einfach so zu sagen? So wie jeder. Ich, ich bin, ich hab immer gesagt, ich bin 100% transparent, ne, und wenn, wenn ich Clickbait-Titel mache, dann sage ich, dass ich Clickbait-Titel mache, uh. Wow, ich bin überall überrascht von dir. Ich hab ja auch, ich hab ja auch schon mal, ich hab ja auch schon mal meine Finanzen offengelegt. Hab ja auch gar kein Problem gelernt. Äh, dann, ähm, bleibt jetzt nur noch zum Abfluss. Ich halte halt nur meine Familie und so weiter. Ja, ich bin der Einzige, der grad noch am Stream ist, ne? Also für einen Will-Talk. Ja, ich fang gleich an. Irgendwann. Ich editier grad schon Titel und so weiter. Also nächste Woche geht's dann, ähm, mit, äh, psychischen Erkrankungen, äh, weiter. Haben wir ja letztes Jahr angeschnitten. Da geht's dann um, äh, Depression. Äh, sei denn der liebe, ähm, Jan, äh, ist, äh, körperlich, äh, verhindert, äh, durch seine OP. Dann, äh, wird sich's um eine Woche verschieben. Wer es noch nicht mitgekriegt hat von den lieben Zuschauern her, meine Galle wird mir entfernt. Ich werde das Teil vermissen. Werde wahrscheinlich eine Sekunde daran denken, wenn sie beerdigt wird und sagen, alles klar, das war's, weiter geht's. Nee, dann geht's, wie gesagt, um Depression und dann, ähm, mal gucken, ob es dann übernächste Woche dann direkt weitergeht mit dem neuesten Thema. Aber ihr könnt euch schon mal bewerben, äh, wenn ihr Interesse habt, mit uns darüber zu sprechen. Ihr braucht keine Rappkamera. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Mikrofon und ein funktionierendes Headset. Also, von mir aus auch, äh, sowas, wo ihr dadurch sprechen könnt. Hauptsache, man versteht euch gut und deutlich. Nicht so wie mich. Genau. Und, äh, bewerben könnt ihr euch dann unter dieser E-Mail-Adresse. Wir kriegen alle drei dann die E-Mail und einer von uns wird sie schon beantworten. Ja, irgendjemand wird's wohl sehen, ja, ja. Ja, und falls nicht, äh, einfach noch eine E-Mail schreiben. Spammt uns zu, ich möchte dabei sein. Und, äh, wenn es geht, wenn ihr ein explizites, äh, psychisches Thema habt, schreibt das auch gerne dazu. Ich möchte gerne, äh, bei, äh, Angststörungen dabei sein. Ich möchte gerne bei, äh, was gibt es noch, ähm, äh, hier, äh, nicht, Koceritis, die, äh, äh, sag mal. Ja, Buh, 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 Buh. Buh, 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 Buh. Buh, 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 Buh. Also, wenn ihr da was habt, einfach dazuschreiben. und dann nahten wir euch gerne ein. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ich bin echt negativ überrascht von dir gerade. Kotzeritis, ey. Mein Gott, einem fällt einfach kein Wort ein. Was passiert? Ich habe zu meinem Schiro, nee, nicht Chiropraktiker, sondern der andere. Den habe ich doch Knochenvogel genannt. Physiotherapeut, Physiotherapeut. Nein, nein. Der Arzt dafür. Der Chiropraktiker. Nein, der Arzt dafür. Der Arzt für Knochen. Der Arzt für Hintern wäre Proktologe. Der Arzt für Zähne ist Zahnarzt. Dann gibt es Allgemeinmediziner, Kinderärzte, HNO. Wie heißt denn jetzt nochmal der für Knochen? Chirurg? Ich google gerade. Nein, Chirurg war es nicht. Nein, Chirurg ist der für Operationen. Knochenvogel? Orthopäde. Orthopäde, genau. Danke. Orthopäde. Dann kann man das googeln. Weißt du? Dann sagt man eben besser nichts. Mein Gott. Ja, aber das gehört ja dazu. Ja. Ich will ja auch, ich will ja transparent sein. Die Leute sollen uns schon so nehmen, wie wir sind. Wir sind keine Leute. Wir sind Treifen. Nein, wir sind keine Leute, die... Sprachwissenschaftler. Nein. Das sind Orthologen. Die aufrecht sitzen und sagen, so meine Damen und Herren, heute reden wir über das äußerst heikle Thema. Boah, nee. Danke. Tschüss. Ich bin weg. Das soll schon auf unsere natürliche Art sein. Wir sind Persönlichkeiten und nicht Roboter, die vom Staat bezahlt werden, die ein auf... Oh ja, ich muss jetzt vornehmen reden. Ich muss ja jetzt alles faktisch und klar darlegen. Es soll ja keine Missverständnisse geben. Nein. Wir sind Menschen... Linguisten. Ich bin doch eine Pfeife. Einzige, beste Weg zur Besserung. Dann willst du eher das heitere Thema hören, ne? Jetzt war ich wieder da mit einem. Wir haben gesagt, von heute schon, komm mal, ob das reicht. Tut mir leid. Das musst du dir für nächste Woche aufheben. Natürlich tut es euch leid. Oh Mann. Ja. Ähm... Ich würde sagen, ich starte mal langsam. Ja. Gehe gerne rauchen und sage euch noch einen schönen Abend, ne? Ja, Eso. Hat's was denn hier gemacht? Auch einen schönen Abend an die Leute, die noch im restlichen Stream da sind. Mein Raid kommt jetzt nicht. Oh Mann. Ach so, ja, da war ja was. Ich bin dabei, verdammt. Hätt. Ja. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Hätt mal was. Ach, äh. Wisst ihr, was meine Frau mir zu Weihnachten geschenkt hat? Oh nein, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Muss ich noch zusammenbauen, aber... Ja, Penispumpe. SimCity? Oder ist das? Lego City. Legio City. Ja, eine Badewanne. Eine Badewanne oder was ist das? Ja, eine Badewanne. Ja, geil. Zwar, äh, ich, äh, wir hatten ja in meiner alten Wohnung eine Badewanne. Kostet nur 49,99. Wir hatten in unserer alten Wohnung eine Badewanne. Und ich hab gesagt so, mir ist egal, wo wir hinziehen, Hauptsache ich krieg eine Badewanne. Haben wir in der neuen Wohnung eine Badewanne? Nein. Jetzt schon. Ich hab von meinem Schwiegerbater zum Einzug, äh, so eine Metallbadewanne gekriegt. Eine kleine, die du als Blumentopf oder so benutzt, also als Seifendings, ne, als Seifendings. Meine Frau hat sich gedacht, so, ich mach mit dem Spaß auch nochmal und schenk dir auch eine Badewanne. Du wolltest doch eine Badewanne haben, hier hast du eine. Danke. Ich vermiss meine Badewanne. Ja. Ja, das ist, ähm, tragisch. Tragisch, tragisch, tragisch. So geht die Welt zugrunde, ich sag's dir. Ja, so geht die Welt zugrunde. Wer keine Badewanne hat, ne? Genau so ist es. Ja, genau. Weißt du, wer keine Badewanne hat, ne? Der wird auch mit Sicherheit seinen Kaffee nicht mit Wasser machen. Es ist alles so klein. Ich will fünf Zentimeter ausmachen, Antoine, das ist der Wahnsinn. Nein, ich lass jetzt jeden möglichen Spruch, äh, links liegen, weil wir sind ja professionell. Der Unterschied zwischen uns ist mehr als fünf Zentimeter, das weißt du, Akani. Aber er ist kleiner als ich. Aber wirklich nur so ein Stück. Vielleicht ein, zwei Zentimeter ist er kleiner als ich. Lass wieder jeden kleinen, jeglichen Spruch. Ja, wieso, Akani ist ja von der Körpergröße größer, äh, aber, äh, ja, noch andere. Ja, zappiert. Ja, Stefan wollte da so gemütlich drüber wegspielen, aber nein. Ja, Stefan, das funktioniert nicht. Wir wollen doch transparent sein, was? Nein, ich bin ein anständiger Mensch und hab auch, äh, meine Würde. Ich wurde gestern auch gefragt, na, wie geht's dir? Er hat gesagt, ich hab einen Penis. Und dann kam als Antwort, mein Sohn auch. Cool, dann wäre das ja geklärt. Hm. Ja. Ich sehe, ähm, man versteht sich. Ist alles in Ordnung, ja? Du guckst so. Ich bin, ich bin gerade sowas von froh, ne, dass ich gerade nicht mehr streame. Warum? Ach, einfach so. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Content, 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 Leute. Magst du etwa nicht über das Natürliche reden? Bist du so ein Menschenhasser? Oh, apropos Content. Dass du nicht über ganz natürliche Sachen wie Penis, Muschi, äh, Busen, äh, Warzen, Füße und sowas reden möchtest? Der sehnt sich Vagina, du Pfeife. Ähm. Warte mal, warte mal, warte mal. Aber kurz zum Thema Content. Habt ihr das gesehen, diese Änderungen, die, ähm, Twitch mit drin hatte? Änderungen, äh, vor, keine Ahnung, das ist schon ein paar Monate her. Ähm, du kannst ja deine, ähm, deine Clips kannst du ja auch im Hochkantformat zuschneiden. Ne, und die dann auch woanders nutzen. Oh, okay. Mittlerweile, äh, wird das, ähm, bei, ähm, Twitch Mobile, werden dir solche Hochkantclips sogar vorgeschlagen. Das heißt, wenn du die zuschneidest, dann werden diese zugeschnittenen Clips beim Mobile vorgeschlagen. Oha. Finde ich eine interessante Änderung. Allerdings habe ich Bock, jeden Clip zu zuschneiden. Darf ich dennoch eine, eine Sache mal eben, muss ich noch an Akani mal eben richten und fragen, weil er hat gerade was gesagt. Ja. Wieso hast du, äh, du hast eben, hast du gesagt, äh, Warzen, hast Warzen mit Füße und Penis und, äh, Vagina. Äh, äh, Vagina hat er nicht gesagt. Was, was, ja gut, aber was, was, was haben Warzen damit zu tun? In meinem Brustwarzen. Das ist auch ein Körperteil. Ach, oh Gott. Er hätte auch Niere sagen können. Er hätte auch Haare. In deinem Fall bald nicht mehr Galle, aber, äh, du bist ein Arschloch, ey. Du bist ein kleines A-Loch, ey. Aber ohne, äh, ohne Galle ist, äh, teilweise richtig ätzend, ne? Wieso? Ja, ähm, doch, ähm, also ich habe ja auch eine, äh, eine Freundin von mir, die hat auch, äh, die Galle raus. Die hat, seitdem sie das hat, ähm, muss sie extrem aufpassen mit zu fettigen Sachen. Äh, und, ähm, mit Fisch. Aber warum auch immer. Ich weiß nicht genau, das ist halt diese komische körperliche Döns. Stimmt. Da musst du selber, da musst du selber ein bisschen gucken halt, ne? Wenn du die Galle raus hast, dann, ähm, darfst du rein theoretisch fettige Sachen wieder essen. Weil wenn du eine Gallensteine hast und du fettige Sachen isst, dann kann es sein, dass deine Gallensteine wieder aktiv werden und dir eine Kolik damit verschaffen. Ja, du musst nur, du musst nur trotzdem, wie gesagt, sie hat das so, äh, das, ähm, ist bei jedem Menschen unterschiedlich, wie, 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 wie das, wie der, wie der Körper darauf reagiert. Da musst du halt hinterher gucken. Ja, meine Mutter hat sich da auch rausgenommen. Wenn die Galle raus ist, musst du selber ein bisschen rumtesten. Naja, meine Mutter hat auch die Galle rausgenommen bekommen, weil die halt bei ihr extrem entzündet war damals. Und als sie dann raus war, ähm, ja, konnte sie danach essen, wie sie wollte. Und sie hat mir die Galle ja überhaupt, in dem Fall, überhaupt so erstmal vererbt, dass, ähm, ja, die bei mir so aktiv wurde, wie sie aktiv wurde. Hm. Aber dann, dann, dann hat deine Mutter ja noch Glück gehabt. In der, in der Regel hast du dann immer irgendwelche Einschränkungen mehr im Essen, wenn die Galle raus ist. Ja, das kann unterschiedlich sein. Aber gut, äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Äh, wir hören uns dann die Tage. Ja, ähm, also wegen, äh, Sondas, da bleiben wir noch in Kontakt. Du hast ja das, äh, eingestellt, jetzt läuft's ja wieder, ne? Weil, das OBS ist so dumm mit der Hardware-Beschleunigung. Es ist so grausam. Ja, gut, äh, wegen, äh, wegen, Sondas. Du kannst es selber auch aufstellen, ausstellen, weil du halt, äh, sonst hast du da, sonst hast du quasi doppeltes Rendering. Also, Browser haben wir schon, habe ich jetzt nicht mehr aktiviert bei den Quellen. Hab jetzt einfach mal auf, was habe ich das gestellt jetzt momentan vom Stream her, äh, habe ich jetzt in dem Fall auf P6 mal gestellt. Hab, äh, in dem Fall, ähm, allgemein, war das jetzt gerade, äh, mit der, wo war das denn, dass es halt in dem Fall eine hohe Priorität hat, oder höher als normal. Ja, ja, das war auch, genau, äh, höher als normal oder hoch, je nachdem. Ja, hab ich ja eingestellt jetzt. Ja, wichtig ist deshalb, dass es eine höhere Priorität hat. Aber das ist aber, das, äh, das ist nur die CPU-Priorität, ne? Ja, alles klar. Aber das, das ist halt genau das, was laufen muss. Ja, das ist richtig. Das ist, manchmal hast du da halt so, hm. Ja, okay. Kennst du ja selber, wenn, wenn da irgendwie was zu viel will und dann, dann läuft genau OBS, dass hier nicht schlecht war, die Kerne nicht passen. Im Sonntag bleiben wir in Kontakt, äh. Ja, genau. Ansonsten, äh. Ich würde die Tage auch nochmal gucken, dass wir, ähm, maybe nochmal bei Cefon oder, äh, Kani, das wir wegen Technik-Meeting, dass wir da nochmal drüber gucken. Ja. Nochmal, nochmal, alles klar. Nochmal, natürlich. Gut. Dann, äh, wünsche ich euch eine wunderbare, erholsame Nacht und viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Und wir hören uns dann die Tage. Jo, bis denn. Okay, bis dann. So. Dann, äh, starten wir jetzt Dead by Daylight. Äh, ändern den Titel. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten müssen wir halt, äh, gucken, dass wir was anderes spielen. Und dann, äh, auf, auf, auf. Dann, äh, wir würden das jetzt nicht. jetzt das beginnt uns noch aus